Servus Leute. Neues Projekt. Und empfehlenswert bei dem Spiel definitiv online. Diesbezüglich habe ich mir da mal so Forums einträgsmäßig was getan. Hat sich da auch direkt jemand gestern gemeldet. Nicht der schlechteste Eindruck. Also 24. Nett. Passt und macht Spaß. Wir sind sehr weit gekommen gestern. Hat mich verstaunt. Und natürlich versuche ich hier auch wieder das Platin zu holen. Wo es auch keine Probleme gibt. Da muss man halt ein bisschen Zeit rein investieren. Das größte Problem ist glaube ich am Ende, dass man jeden Charakter kennenlernen soll. Keine Ahnung. Soll ich das Spiel fünfmal durchspielen oder was ist los? Haben wir gestern auch schon die erste Welle gemacht. Der Kollege hat hier kräftig gebaut. Der hat den Plan. Ich wohl weniger am Ende. Ich habe es einfach noch nie gespielt. Hier haben wir noch eine Lücke. Da müssen wir uns drum kümmern nach jeden Fall. Das muss noch zugebaut werden. Aber auch wiederum da ist es vielleicht besser, dass ich dann erstmal warte bis der Kollege. Der ist auch schon online. Mal gucken. Vielleicht hat er da schon Lust mitzumachen. Gucken wir mal. Ich vermute der wird da eventuell so eine komische Konstruktion halt hinstellen. So jetzt muss ich mal gucken. Ich habe gestern Kleidungsteile ohne Ende mitgenommen. Das sollte ich mal ablegen. Zu dem Rucksack. Mal schauen mal gucken. Stufe 91. Was hat der hier? Ah. Hä? Dann nehmen wir den hier weg. Dann nehmen wir den hier weg. 20 Mistkabeln trägt dann an sich rum und wundert sich, warum er überladen ist. Oh, wow, 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 wow. Hier ist was los. Habe ich irgendwie noch so ein Mist hier? Drei Schrauben ziehe. Das ist auch wieder fehl. Einer reicht. Mal so. Sollte passen. Ja. Hammer. Fünf. Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Fünf brauchen wir auch nicht. Ja. 13 Schokoriegel. Die Dinger, die bringen nichts. Fünf Prozent. Muss man glaube ich zur Herstellung irgendwie nicht. Kann man vielleicht Kuchen machen mit. Die Rezepte sind halt wichtig. Da kann man gute Sachen rauskriegen. Ja, das lasse ich mal lieber. Wenn ich mir das ganze Essen jetzt rausschmeiße, das könnte ungesund sein. So, lass mal noch weg. Vitamine. Naja, wer es braucht. Hehehe. So, jetzt wollte ich echt mal gerne wissen, wie kann ich denn bitteschön mehr tragen. Ich muss mal was futtern, dann was trinken. Aber guck mal, so ein Kaffee. 100 Prozent. Boing. Geile Nummer. Ich bin immer noch überladen. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Da muss mich der Kollege dann mal aufklären. Was denn das jetzt wieder? Ah hier, Scheiß Tommy Gun, weg damit. Dann habe ich immer noch 86 von 80. Ich muss das Gewicht höher kriegen, damit ich mehr tragen kann. Das gibt es doch wohl nicht. Das ist ja wohl der Frech halt. Oder ich brauche einen größeren Rucksack. Da ist was. Warte mal. Was hat denn der? Der ist ja noch kleiner. Hahaha. Kleiner ist nicht. Muss schon größer sein. Was haben wir denn da? Hä? Ne? Ah. Ach. Knieschutz. Hm. Auch nicht. Hier ist. Ja. Was haben wir hier? Das ist der, den ich habe. Das wollte mich doch verarschen. Gut. Das heißt, wir sind im Level wohl, was das Camp Level angeht, zu niedrig. Und wir können keine Rucksäcke machen, keine größeren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas upgraden können, dass ich mehr tragen kann. Das gibt es doch wohl nicht. Also ohne Waffen jetzt loszulaufen in irgendeine Mission macht keinen Sinn. Der hat zwei wilde Schuss. Jetzt oder nie. Schussreihen. Puh. Gibt es überhaupt was mit Gewicht? Sturmgewehr-Experte. R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. So. Und hier haben wir auf damit. Also ganz ehrlich, ich kann diesbezüglich nichts finden. Dann vermute ich, ist es das Level selber. Ja, Camp Level Grenze. Oieieieiei. Was ist los? Ich bin immer noch überladen. Ist doch zum Kotzen. Wer macht denn hier Stress? Und wo? Ach da. Moment. Ich komme. Ähm. Bogen. Keine Feige. Hehehehe. Das ist gut. Wow. Nachtvieh. Scheiß Fettsack, ey. Was ist hier los? Alter. Stress ohne Ende. Ist mit dem verkehrt. Ich bin, Alter. Ich bin. Ich bin. Juste. Ich bin. Soh, 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 soh. Soh, herzlichen Glückwunsch, da war der Fehler, ich habe die ganze Zeit keinen Rucksack aufgehabt. Oh Gott, das ist ein Typ, ey. Der macht nur so eine Scheiße. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir Holz, wir brauchen Holz. Wir müssen noch mal hier ein paar Barrikaden herstellen. Wir brauchen kein Holz, wir brauchen Nägel. Der Kollege hat gesagt, wir können selber Nägel herstellen. Lass mal gucken, wo, das ist hier wohl eher nicht. Was haben wir hier? Öffnen. Nägel. Wir brauchen Nägel. Da haben wir Nägel. Aber da haben wir das nicht. Ich würde mich jetzt auch, ne? Gut, das macht keinen Sinn. Ich muss los, ich muss fahren. Und Nägel ist, glaube ich, am sinnlichsten, schnell Missions zu machen. Macht auch am meisten Spaß. Oha. Ach, scheiß drauf hier, weg da. Das wollen wir nicht. Weiß nicht. Stufe 11. Klemmstufe 11. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was ist denn das? Abbrüchen. Oder? Fangen sie alle, was? Moment mal. Gut, da das Spiel auch alleine zu spielen ist, mache ich jetzt einfach die Mission. Denke nicht, dass ich was verkehrt machen kann. Aber so lange wie ich nicht jetzt oben in der World, an der Base, das muss ich mit den Kollegen, das müssen wir zusammen machen. Gut, Munition sparen, wir gucken uns die ganze Sache erstmal in Ruhe an. Erstmal müssen wir die Farben finden. Oha. Wo haben wir die Farben glaube ich? Alter, um die Scheiße, du bist ein Hederstann. Das hat eine Begründung, warum ich diese Fiecher jetzt gerade nicht töten tue. Hö lyf проitarル consiste denn, denke ich. Gut, infizierte Schweine habe ich jetzt auch noch an der Wacke, wunderbar, es läuft. Okay, das habe ich mir auch nur so gedacht, jetzt muss ich mir einen Plan machen, ich muss irgendwo hochkommen, sonst machen wir mich kaputt. Irgendwo durch ein Loch, wäre auch cool. Oh, 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 die Schweine sind noch schneller. Krass, wie die abgehen, man sollte sich auch im wirklichen Leben mit denen nicht anlegen, ehrlich gesagt, ich weiß noch was ich rede. Die können richtig bügelgefährlich sein, diese Auerhähne, Trothähne, besser als jeder Wachhund, ich schwöre es euch. So, wir wollen die Totse nicht töten, ähm, sprechen mit dem, ah, wir sollen mit den Typen sprechen, ja dann. Ich muss mir doch wohl, das ist ja noch nicht. Gut, hier kriege ich endlich Federn, wunderbar, da kann man nämlich dann richtig gute Feile herstellen, da gibt es auch auch Achievement drauf, aber man, ne. Mit Feuerstein und Federnpfeile, 100 Kills. So, Kollege, sagst du so babbeln, babbeln will er nicht, das ist gut. Oha, geht das schon wieder los? Hahaha, diese Piste, ey. So, warte mal, was steht da jetzt, Missionsziel? Ich bringe den Flüchtling in den Persch, war ja erst klar. Ja, ja, lässt mich, kommt mal nach die Hintersaal, wie ich euch krieg. Oh, der ist sogar hochgekommen, Alter, ich geh jetzt aber los hier. Gebt her eure Federn, gebt her eures Zeug. Gute Sache, ey. Federn sind immer gut. Es läuft, es läuft. Was haben wir denn hier? Einen Ton, okay. Hey, Alter, ist doch nicht jung. Hahaha, steht euch die Scheiße rein. Das Auto meinem Freund. Oh, im Sekundenakt kommt die, wo kommt die nur noch her? Junge, Junge, Junge. Wenn es nicht so scheiße schnell wäre. Ich hab auch keinen Bock, jetzt hier meine ganze Automatik-Munition, wo ich doch so wenig Ende dabei hab. Jetzt wär doch am Arsch. Wir sind schon wieder da. Es ist mir egal, ich krieg hier Federn ohne Ende, ich find's geil. Gute Sache, ich fahr mal mit Federn, Leute. Guck doch jetzt die Scheiße. Ich bin nicht mal fünf Meter gelaufen. Schon wieder zwei an der Backe. Ah, schon wieder runtergefallen. Moment. Ja, ja. Geile Scheiße. Zwei mit einmal. Und da kommt das Achievement. Jawoll. Lohnt sich doch. Läuft. Ich mach hier keinen Meter mehr. Sorry, aber ich hab grad einen Lachkreis. Da kommt der schon wieder. Ne, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Wie soll ich denn das machen? Ich komm ja gar nicht dazu, mit dem Typen zu reden. Hier kommt der Sekundentakt so ein Viehhand. Ja, ich mach hier hoch. Och, ich komm sogar ganz hoch. Super. Wunderbar. Da kommt ja wieder einer. Oh ne. Hammerhart geil. Jetzt Ruhe? Das täuscht mich, oder? Was ist denn dafür? Scheint wirklich grad irgendwie hier in der Pause zu sein. Die Geräusche, die sind aus. Ja, ja. Pause. Scheiße. Pause. Verhascht mich hier. Hammergeil. Was ist denn mit dir hierher? Gute 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 Gute. Hahaha, kommt schon unterstürzen. Von hier oben kriege ich es ja gut. Und das Zeug haben wir auch noch von hier oben auf, ja, läuft doch. Oha, da kommt wieder einer. Einer ist gut, ne? Scheiße. Oh Leute, was für eine... Ne, ich sag da nix zu. Komm da bitte, ja, 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 ist in Ordnung. Das wird anstrengend mit der Mission. Na ja, ich hab noch 200 Mal was feilen, ich kann es mir immer wiederholen. Was ist denn mit den Kollegen hier? Also immer und immer wieder ficken sie mir noch eins rein, ne? Scheiße. Fuck. Guti guti. Guti guti. Ich hab vermutung, dass es vielleicht leise sein muss. Wir lernen mal ganz langsam schleichen. Und wie man sieht, funktioniert es sogar. Guti guti. ất guardieren. Guti. Guti. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gut, da waren die EP-Punkte wohl alle Das war es dann aber auch, jetzt habe ich mal richtig reingeschossen Alles was ich gestern so gemacht hatte Man bewegt sich etwas schneller und dann kommen sie wieder Ja, geile Nummer Also, langsam bewegen Ist hier angesorgt Scheiße, ey Was ist hier? Was ist hier? Klopapier Klopapier Ja, warum nicht, ne? Hm, da sind nur ein paar mehr Mal sehen Sie ja die ganze zeit hier rumschleichen das ist ja wohl hart auch bleibt mir fast nichts anderes übrig das wort man was mit deinen federn also keine federlos scheiße 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 gut machen wir die map auf da hinten waren wir schon die zombies sind zu blöd zu nicht stimmt nicht die zombies können es auch die schweine nicht die zu kurze beine haben naja kommt ihr noch langsam habe ich einen bogen raus mit euch beep beep boah 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 war jetzt nicht so gut wenn da nicht mal was kommt boah 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 goah boah Scheiß Hase habe ich natürlich nicht erwischt, so ein Ärger. Ich habe mich nicht erwischt, aber ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt, aber ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt, aber ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt, aber ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt, aber ich habe mich nicht erwischt. 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 Ich habe mich nicht erwischt, aber ich habe mich nicht erwischt. 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 Das war's für heute. 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 Keine Ahnung, ob das jetzt fehlgeschlagen ist. Das war's für heute. Hey, it's a survivor. No? Das war's für heute. Gut, mal ein bisschen Feuerstein sammeln. Das war's für heute. 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 Noch mal. Wenn's Level höher ist. Wenn man bessere Waffen hat. Brandpfeile. Ein großes Fragezeichen noch für mich. Wenn ich drauf schieße, brechen meine Pfeile kaputt. Also ich schädige mich damit nur. Das Vieh ist so gepanzert. Am besten wäre eine Granate. Und den Explosions-Heini habe ich auch schon versucht und habe da drei Stück in ihrer Nähe explodieren lassen. Hat auch nichts gebracht. Keine Ahnung. Ich habe auch schon mal 200 Schuss draufgeknüppelt mit Vollautomatik. Hat auch nichts gebracht. Hier mit der Waffe. Egal halt. Nee, einfach nur Abstand halten. Ist empfehlenswert. Ja, Feuer halt. Vermute ich auch. Ich habe bis jetzt aber nur Brandpfeile gesehen. Brandpfeile kann ich mir, glaube ich, schon machen. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken dann. Im Moment brauche ich Feuersteine. Wenn wir erst mal ein paar ordentliche Pfeile machen. Weil die Feuersteinpfeile, das ist das, was ich jetzt gesehen habe, was das Größte ist, was man herstellen kann im Moment. Bei uns im Camp Stufe 10. Ja, vielleicht haben die genug Bums, durch den Panzer durchzukommen. Die mit Federn. Feuersteinen plus Federn. Ich muss mal gucken, wie viele... Nee, ich gucke lieber nicht, wie viele Feuersteine ich habe. So, warte mal. Vielleicht habe ich schon genug. 100 Feuersteinen. Oha. Nee, da muss ich mich noch ein bisschen Zeug halten. Ich weiß nicht, wie viele Spitzen ich aus einem Stein kriege. Aber ich denke mal eine Handvoll. Bei 17 Steinen. Machen wir aber noch ein paar mehr. Die wachsen ja wie Sand aus dem Boden her. Muss nur mal ein bisschen warten und dann spawnen die wieder. Die Zombies leider auch. Hey, hast du gesehen? Eine Schildkröte gerade gespawnt bei mir. Hopp. Nur keine Steine. Na ja. Na ja. Komm, gib mir mal noch eine Handvoll. Fünf, sechs reichen hier. Oh, eine Wanne. Oh, eine Wanne. Hopp. Oh, spinnen wir mal. Spinnen wir mal. Spinnen wir mal. Oh. ив. Oh. Oh. Ja, Jungs, irgendwie wollen die Die Steine gerade spornen. Doch, hier sind welche. Oh, geil, geil, geil. Was? Die Drohne ist irgendwie Begleiter und gibt irgendwelche Prozente, aber nur minimal. Ist, glaube ich, nur ein kleines Gimmick. Nicht, was jetzt irgendwie im Spiel groß Einfluss macht. Es war bei diesem Starterpaket dabei, das ich mir geholt habe. Ups. Wollten wir das jetzt? Ah ja, das wollten wir jetzt. Wir gehen mal in die Base. Nein, diese Runner. Die sind schneller als ich. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, hier kann ich Pfeile herstellen. Oh, jetzt gehts los. Ich brauche diese Special-Dinger. Was sind die denn? Was ist das? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches herstelle. Nee, das will ich nicht. Die Geräte da muss beuzeln. Gefederter Fall. Aber ich will eigentlich mit Feuersteinspitte. Wo ist das? Ich wollte mich jetzt verarschen. Ja, das ist jetzt mal geil. Ja, das ist jetzt mal geil. Gibt überhaupt gar keine Pfeile mit Feuer, Stein und Federn. Da ist unser Camp, glaube ich, noch zu niedrig. Das können wir noch nicht bauen. Das ist dann das. Mache ich erstmal die hier. Was ist das? Armbrustbolzen. Moment mal. Armbrust. Gucken. Oh. Die ist scheiße. Okay. Die ist richtig tough. Und wir benötigen Aluminium. Flechtseile und Steigbügel. Der Steigbügel ist das Problem. Aber ich muss gucken, wo ich den Steigbügel bekomme. In welcher Mission. Die Armbrust haut ja mal richtig rein. Alter. Die baue ich mir. Stufe 11. Let's go. Steigbügel. Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Hier wäre schon mal was. Ne, das sind Stahlplatten. Ich brauche Aluminiumplatten. Sieht nicht so gut aus. Was gibt's hier? Okay. Dann müssen wir zu nehmen und anders noch. Andere Missions gibt ja genug. Das machen wir an, da. Was ist nicht so gut an sich. das ist mit der Karte immer so ein Ding eventuell der Fritze hier oben das ist mit der Fritze hier oben moin wolltest du nicht arbeiten gehen das mit dem Arbeiten habe ich vertagt auf morgen aber damit habe ich mir zwar selber einen Strick gebunden jetzt morgen habe ich richtig Stress ich bin dem nicht gerade erst aufgestanden und ich lass die Blazy immer durchlaufen oha ok ja ich konnte schon nicht wissen dass du die Blazy durchlaufen hast die arme Blazy sag mal weißt du wo ich den Steigbügel bekomme bei welcher Mission warte kann ich dir gleich sagen ich habe die Mission schon gemacht ja ich auch wenn du nämlich drauf gehst und bleibst drauf wird es dir eigentlich angezeigt naja ich habe jetzt alle abgeklappert und nirgendwo wird mir als Belohnung der Steigbügel angezeigt oder wie meinst du mit drauf bleiben auf den Rohstoff drauf bleiben dann wird es dir eigentlich angezeigt ah ok dann muss ich zurück in die Base das wusste ich ja nicht das ist ja geil ok dann gucken wir mal dann brauche ich dich ja nicht ich will mir die gute Armbrust machen also nochmal zurück in die Base laut Ansage des Kollegen der sich ja etwas besser auskennt weil er das einfach schon länger gespielt wird mir das angezeigt ich bin hier noch nebenbei im Stream ich hoffe du hast da kein Problem mit mach ich immer so ein bisschen hobbylösig hab ich auch ein bisschen bald noch vor ähm wo war das jetzt hier machen ok drauf gehen und gucken der Panikraum ok ja das war die Mission irgendwas leckt bei mir übel krass das ganze Spiel mehr oder weniger raus ist und das wieder ich vermute mal dass man das auch sieht ich weiß nicht ob ich den Stream dann noch weiterlaufen lasse ich schieb das definitiv an Stream ja Internetverbindung das mein Spiel jetzt hier leckt so möchte ich und kann ich nicht spielen müssen wir mal gucken so Panikraum da das ist ja schon wieder ein Grund Junidu Media anzurufen am Ende und den richtigen Arm warm zu machen am Ende ich bezahle hier 50 Euro für die Internetleitung das kann es ja nicht sein ey das ist ja ich gar nicht mehr sieh richtige Hardcore-Assis das ist ja 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 lange mich in ruhe du krieg ich ja auch noch mit diesen nachtviechern zum tun es ist nach klasse da kommt auch schon ich leuchte mit der taschenlampe an das mit dem essen da das muss ich mich echt noch dran gewöhnen ich brauche hier regenkleidung das ist jetzt auch bei der federmission ich habe ja ja ich habe vorhin gesammelt federn wie ein irrer ich bin bei der mission fangst du alle wenn wir dann fertig sind mit den jeder mit seiner mission lass uns zusammen machen macht mehr spaß gegner sind stärker ich habe hier wieder diese pelikaner hässlichen dreck bastarde ein paar steine bringe ich auf jeden fall mit brauchen wir ja ich bin nämlich hier gibt es nämlich auch ein weißer hasen auf der farm das ist nämlich von koffer lockt die letzte mission ja wie gesagt ich habe es schon gemacht oh ich bin gebummt in das schweine na hier scheint nichts weiter zu sein ich bin gebummt in das schweine nicht um die an d Ah, nix wie raus hier. Wo kommt der denn her, der strollt. Kackhund. Nee, hau ab. Boah, jetzt kommt der Mawana. Oh, ein dicker. Jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt geht es. Na ja, hau mal ab, mein Freund. Da haben sie einen Schuss. Wie viele stehen denn da hinten? Achtung Pause. Und fünf. Boah, ein bisschen schwierig mit der Schrift zu zählen. Ui, ui, ui. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh, das hätte ich nicht spannen sollen. Oh, das ist ja gut, ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Hammer, hammer, hammer. Oh, da waren ein paar viele. Scheiße. Diese Runner immer noch dazwischen. Heftig. Oh, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Wie lange. Was ist das? Boah, Alter, zieht man auch so spät die Hunde in der Dunkelheit. Die kleinen Drecksbiester, ey. Ja, die Hunde sind schlimm. Ja, noch schlimmer sind die Wölfe, weil die nicht alleine kommen. Das war gestern heftig, ich war so froh, dass ich genug Munition dabei hatte, sonst hätte ich die Mission nie geschafft. Über Gegner kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren hier gerade. Boah, jetzt kommt dieses Nachtfiegel. Oh, jetzt muss ich aufpassen. So, jetzt muss ich hellig aufpassen. Was ist vor Alligator? Boah. Was muss man damit machen? Weil ich den Typ getötet habe. Ja, habe ich auch. Und das ist nämlich das Fragezeichen, wie sollst du den da einsperren? Da krabbelt er mal wieder raus. Lass uns die dann mal zusammen machen am besten. Federn brauchen wir eh bis zum Abwinken. Ja, wir brauchen erstmal Nägel. Ich bin gerade auf Steilrost zurück. Nägel für? Steilrost. Steilrost. Ja, aber die Nägel für was? Brauchen wir die? Wir haben keine Nägel mehr in der Basis. Das ist schlecht. Nägel brauchen wir. Und ich bräuchte Medizin. Hallo. Hi mein Schatz. Servus. Hey, was soll denn das? So, weiter geht's. Ein Schokoriegel. Das ist nicht euer Ernst, ne? Bei Pro wenigstens was zu essen. Ja, komm, die Dinger, die bringen überhaupt nichts. Aber die scheiß Schokoriegel. Kann man die irgendwie zu Kuchen verarbeiten oder so? Gibt's bestimmt auch noch ein Rezept, wo man die verarbeiten kann. Scheiß Bänger. Weil so einnehmen bringt nichts. 5%, das ist ein Witz. Wenn ich den Kaffee trinke, der gibt mir 100%. Zum Beispiel. Ich denke, man kann die Schokoriegel irgendwie verarbeiten. Gucke ich dann gleich mal an der Kochstelle. Ja, hier ist noch ein Ding. Noch ein Hammer. Ja, ich hab Hammer ohne Ende hier. Und noch ein Autowalden. Was ist hier noch? Alter, was hier alles in der Schublade ist. Das ist ja Wahnsinn. Der Pelikan hat sich im Haus verlaufen. Hier ist das los. Jetzt hat er mich auch noch getroffen. Das ist scheiß Vieh. Oh, nur noch 5, 5 und 56 Pfeile. Ah, Pfeile habe ich genug noch. 210. Ich bin gestern, heute im ganzen... Ja, ich hab dir auch letztens ein paar Pfeile abgegeben. Ja, komm, die kann man aber auch schnell machen. Pfeile ist ja nicht das Problem. Alter. Ich kann dir ja nachher mal schnell 500 craften. Alter, hier sind bei mir nämlich hoffenweise Zombies grad. Da muss ich die Waffe rausholen. Ja, tu was du nicht lassen kannst. Die stehen alle vor ein einziges Haus. Ich bin ein bisschen Jobben. Jobben ist immer gut. Ich will erstmal endlich mal wissen, was man mit dem scheiß Geld anfangen kann. Aber da kommen wir auch noch dahinter, wenn wir unser Camp höher drücken. Aber uns fehlen doch eh noch Übelrezepte. Deswegen denke ich mal, es sind gewisse Rohstoffe einfach noch, wo wir nicht wissen, was man mit dem machen kann. Aber da sollten wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, erstmal alles aufbauen, bevor wir wieder das Camp höher drücken. Eine Blechplatte. Das ist gut. Blechplatte müssen wir eigentlich scharpen. Ja, haben wir ein paar Dutzend. Gut. Kommen wir hier noch irgendwie? Oder waren wir da schon? Äh, keine Ahnung. Mal runter springen hier. Geht das? Geht nicht. Wunderschön. Jetzt bin ich schon wieder Ben Laden. Äh, Überladen, würde ich sagen. Na? Das Feuerzeug verlässt dich. Die junge Liebe, diese mache ich gerade. Geschenk. Jaja, und was ist mit der Frau, die ist tot? Hahaha. Die bricht mit Betty und mir liegt nur noch das Skelett. Ai, vorbei. Jetzt bin ich dran. Und zack. Ups. Du auch? Oh, so ein Penner. Das ist schon wieder so ein Hund. Die springen von da oben runter. Krass. Ja, ist nicht dein Ernst. Wir gehen weiter. Bis später. Bis später. Na, ist so fett. Passt schon Storch. Gut, gucken wir, ob wir einen Schlüssel haben. Sollten wir aber eigentlich. Ne, tierisch. Mal den ganzen guten Stoff einsammeln. Hehehe. Da scheint auch noch was zu sein. Das ist noch eine Ausrufezelle da drüben. Au, du Drecksköter. So, haben wir alles? Haben wir alles. Wunderbar. Ach, das war mit dem Auto, mit dem Alarm. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Das ist cool. Das ist cool. Wie? Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Juschte. Ihh. Ich bin nicht schön. Jetzt zurück so. Oh! Das war's. Gut, erfolgreicher Beschlosser. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Steitbügel bekommen hab. Ich hoff's ja. Das wär's ja umsonst gewesen. Mal mit den Kollegen ein bisschen in den Rücken schießen. Ich hoff's. Was macht er mit da rum? Ich bin überladen. Haha. Aber es geht noch mit 140%. War ja schon schlimmer. Immer der Spur noch. Sonst finden wir ihn. Der Blutspur. No! No! Ich glaube, der hatte jetzt kaum was zu holen. Na, hat der das angesprochen? Ne, ne, da war doch noch einer, oder? Oh, Kraft zum Bisschen. Du hast Schwein gehabt gerade. Hier gibt es kaum was zu holen in der Mission. Na, zum Bisschen. 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 Na, hier vorne hin zum Schießen. Oder machen wir hier einfach nur Mauern? So ein Schießding wäre aber besser. Da, wo wir noch offen sind, auf der Seite. Im Schießteil. So, jetzt gehe ich meine Armbrust basteln. Das wird nichts. Das kotzt mich jetzt gerade an, aber jetzt fehlt mir immer noch der Steigbügel und Flechtseil. Wie kann denn das sein? Ich habe doch die Mischen jetzt gerade gemacht. Da habe ich ehrlich gesagt keine Müsse drauf, hier 50.000 mal irgendeine Sache zu machen, aber nur um das Ding zu bekommen. Kannst du dir mal irgendwie helfen, was ich machen muss? Du musst wirklich komplett überall gucken. Ich war überall drinnen. Du wirst zum Kotzen grad und die Seile fehlen mir auch, jetzt eben waren sie noch da, jetzt sind die Seile nicht mehr da. Also ich habe nichts gemacht. Diese Kackseile da, die gibt es doch normalerweise an jeder Ecke, ich verstehe ich nicht. Ja, Flechtseil kriege ich zur Not an bei der Mission 1 draufgeschüssen. Jetzt brauche ich ein bisschen Scheiß Steigbügel. Die Mission ist auch nicht unbedingt leicht. Und jetzt noch einmal, weißt du? Das dritte Mal, dass ich die Mission mache. Das kann es nicht sein. Die Mission ist auch nicht möglich. Das war's für heute. 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 Was sucht der Autoreifen in der Toilette? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, hatte ich vorhin auch so eine Runde. Und da habe ich auch Hammer, 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 andauernd Hammer gefunden. Das war's für heute. 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 Ich bewege. Das war's für heute. 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 So, jetzt muss ich mal gucken, ich hab's für heute. gut, 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 gut. Hey, hey, jetzt gibt's und... glücklich und dann lass uns jetzt mal mission zusammen machen und ich habe da reingeschrieben koop und bin im stream und spiel die ganze zeit alleine von nigger wie lange brauchst du noch mit der mission oder bist du auch fertig komm ich rein und schießt den rücken ist okay das ist weil die karte ist ziemlich groß wo ich drauf bin schwierigkeitssteigernd aber für dich zumindest ja ich brauche eben moment ich mache mir schnell die armbrust und ich soll vom kaufs sprech mit kaufs und die karte ist so groß ich finde einfach nicht naja ich komme da mal reingehüpft wenn ich fertig bin aber ich kann mich kaum bewegen also erst mal ins lager dann kannst du dich überhaupt habe ich habe den gefunden mission ist beendet hast du flecht seien zufällig jetzt gefunden ich glaube nicht naja das ist es für die armbrust brauche ich ja nur einmal flecht sei oder rein logisch gesehen ja da geht jetzt in die mission holen wir da und verpiss mich direkt wieder und vielleicht liegt hier unten was rum weiße ruhig komplett weil die mission sind sowas von lahmarschig ja ich auch das ist ja das problem ich kann mich kaum noch bewegen du doch alles in die truhe ich muss so nix herstellen du sind deine private truhe was die unten die truhe ist privat truhe da kann kein anderer da kann kein anderer da stehe auf zeit logisch drauf das ist jetzt erste mission ganz kurzes ding da machen wir schnell mal den seine aufgabe fünf zombies umbringen oder was war das ok war ein bisschen mehr und dann fahren wir doch damit mal an fahren wir doch damit mal an wir haben wir haben Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gut, noch einmal Holz und zweimal Seil. Dann sind wir hier fertig. Da oben ist schon ein Seil. Läuft doch. Gut, noch einmal Holz und dann raus hier. Wunder, hübsch. Jetzt aber, wenn ich jetzt wieder in die Bs laufen zeige, bitte irgendwas. Ganz ehrlich, gehe ich offline. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ganz Wurbeltag ist er dran, wegen der Armbrust. Du hast die bestimmt schon, oder? Die Elfer. Nö. Nö? Ich hasse Armbrust, deswegen hole ich sie mir nicht. Na ja. Gut. Und... Wurbel. Wurbel. Vielen Dank. Achso, das ist ja Quatsch. Ich mache mir keine kleinen Bandauschen mehr, ich mache mir nur noch die großen. Macht mehr Sinn. Ich habe meine Waffe nicht in der Hand gehabt und überlastet. Ohne Waffe ist doof. Willst du auch, achso, du willst keine Armbrust, hast du gesagt? Nein. Okay. Wer nicht will, hat schon. Die Armbrust braucht einfach zu lange zum Nachladen. Ja, aber mit Munition sind wir halt scheiße bestückt, weil wir brauchen Bleikugeln ohne Ende, sonst können wir uns keine Muni herstellen. Von dem anderen Zoll kann man eigentlich für Hülsen und so, aber ja, Bleikugeln. Ich komme sofort nach, ich muss mir nur noch Munition herstellen für die Armbrust. Deine Pfeile, wo du nicht mehr brauchst, kannst du mir dann geben. Kann ich machen. Das ist jetzt der Unterschied. Ich habe nur noch 50 Pfeile. Ja, ich bring dir Pfeile mit. Ach, das sind sogar 10. oder? Weil die Karte vorhin, die hat zu viele Pfeile geschluckt. Ich hatte 200 Pfeile. Krotz mit 1 Sample tut alles. Jetzt geht es los hier. Okay. Dann mal den ganzen Schutt in die Kiste und dann geht es los hier. Boah, wie er abgeht. Alter, geile Nummer. Oder sie, besser gesagt. Warning. So, ich bring dir die Pfeile auf jeden Fall mit. So, ich bring dir das zusammen mit einem kleinen Kopf an. Ich gehe mal, du bist jetzt einfach zum Kopf an. So, ich bringe es das vor. So, du bist nicht wieder. So, ich bringe es dir. So, ich bringe es dir. So, du bist nur das, was die Pfeile hier. Ich bringe dich, du bist nicht immer für die Karte. Und du bist auf jeden Fall. So, du bist mir zu viel, ich bin zu Hause. So, ich bin schon ein bisschen mehr. So, ich bin nur ein bisschen mehr. So, ich brauche das zum Kopf. Warte mal, hier laufen Schweinchen rum. Warte mal, beweg dich mal kurz langsam, dann lockst du keine von diesen Viechern an. Ich wollte dir die Pfeile geben. Gut, haben du. Genug, glaube ich, erstmal. So, jetzt muss ich mir mal die Armbrust fit machen. Oh, ist schon alles. Cool. So, nehmen wir uns mal der Sache an, was mit dem Typen ist. Wie wir den hinten einsperren sollen, das ist ein großes Rätsel. Boah, geile Nummer, die Armbrust zieht durch. Ich muss die Armbrust dann mal noch schnell hochleveln. Oder gehört die mit so einem Bogen, ich glaube es nicht. Break. Geh mal vor, Richtung Persch, mach den Weg mal frei. Okay. Wo die Schweine herkamen. Wie, wo die Schweine herkamen? Ich denke, der Typ muss dahin, wo das Kreuz ist. Ja, genau dahin müssen wir. Ja, da gehen wir hin. Aber die Auerhähne kommen trotzdem dann wieder gespawnt, wenn du jetzt mit denen loslässt. Aber komm du. Du sollst ja nicht so weit. Ja, kann schon, ich muss ja auch fallen. Ja, der Zombie ist hinter mir her. Wahnsinn, wir sind los. Du sollst ja auch da raus. Da ist der ruhig rüber. Hier ist noch eine Sau. Du musst rein. jetzt ist er rüber gesprungen hätte man das schreien vielleicht leben lassen wie das war so ein schwachsinn nur weil ich den vorhin umgebracht habe mir ist der Kanegel durch den Lappen gegangen jawohl ich hab den Kanegel ich krieg ihn nicht rein die Henne so, fertig das war die Mission gut jetzt haben wir alle Missions bei denen, oder? bei Kovac sind jetzt alle fertig guck mal was wir jetzt hier haben wir haben Stromgenerator ja 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 brav mach du das den Informant hast du schon gemacht, kann das sein? ja 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 das ist scheiße, weißt du das? der war schon von Anfang an bei mir fertig ja aber ich muss alles immer nochmal machen egal, dann mach ich es alleine ja das sieht immer so geil aus hier ja er macht mir die Missions jetzt äh 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 ... zusammen in Zukunft oder nicht weil ganz ehrlich, ähm kann man auch alleine spielen das bringt nichts da ein durcheinander die ganzen missions freigeschalten über ein grünes hell ist doch das latte ich kann sie noch mal spielen mir ist das doch egal wir haben hier nicht weil ja mir geht es um die achievements und dann hätte ich komplett neuen charakter erstellen müssen wir haben ein problem ist die achievements die kriegt die nicht wenn wir über grünes häkchen ist und ich sie nicht gespielt das muss ich denn hier machen sprech mit koffer was waren das alter du wirkst mir einen pfeil rein zwei stück jag mir auch mal einen rein ja da kriege ich aber nicht dass fürs aufheben das wird nur gezählt wenn du von den dings umgeworfen muss na das haben die extra gemacht dass die leute sich das nicht pushen können ah kupfersteigtügel vielleicht das erste was ich gefunden habe hier des hauses voll mit loot ja hier drüben auch die 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 Das war's für heute. Über die Musik hier und... ...deine Gegner. Da war ja dein E-Zucht. Na gut, dann müssen wir wieder da irgendwo um die Ecke, ne? Ja, hier oben. Ja, hier wieder hoch in dem Haus. Altylack war's. Hier hinten liegt noch Vitamine, Bleiklatte. Kupfersteigbüte. Da war auch ein Wildzimmer. Das gibt's nicht, oh Mann. Ich hab keine Medizin eingenommen. Ich hab Durst. Mhm. Mhm. Hab ich wirklich. Bleib mal hier bei mir. Ja, du kannst mich direkt wieder aufheben. Das ist das, was du eigentlich mal machen können. Das schwer verletzt rumlaufen und dich alle nasenlang umschmeißen lassen. Ich lauf schmer verletzt rum. Ich lauf schmer verletzt rum. Ah, ich nehm mal Bandage, dass ich nicht umfange. Okay. Ähm, was wollte ich dir geben? Ah, da. Essen, essen, essen. Da hab ich was zu essen. Gitteschön. Was hast du mir gegeben? Limmadose. Ah, okay. Ja, gut. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal hungermäßig, essensmäßig gut. Medizin auch. Du läufst vor, ich lauf dir hinterher. Ich heb dich auf. Oh, Fettsack. Ja, renn hin. Versuch dich doch mal mit Absicht umschmeißen zu lassen. Permanent, dass ich das Ding bekomme. Dann hat es es erledigt. Dann ist es gut. Das sieht aus, ich fall oben und unten schießt. Ah, Pelikan. Achtung, rechts ist so fettig. Mhm. Ah, der hat uns noch nicht mitgekriegt. Hey, hallo, Pelikan. Ich geh dir, jetzt bin ich voller Blut. Da ist irgendwas ein Balkon runtergesprungen. Jaja, hab ich schon, jetzt. Ah, hier war irgendwas noch. Heilkraut. Ah. Kann man mal gebrauchen. Wie mit einem Fließband. Ich kann dir sogar Hilfe geben. Das wird bestimmt auch mitgezählt, oder? Wenn ich dir Bandage gebe, aber das geht nicht so schnell. Nix. Schnell aufheben, da unten läuft noch ein anderer. Mhm. Äh. Moment, so. Hat ja genug Zeit. Das ist nicht nur noches, mach maß. Das ist ein, das schmeck. Hahaha. Oh, ja. Oh, ja. Wenn du ein Tier aufhalsst. Fertig. Sehr gut. Oh, ja. Oh, ja. Ole. Der ist noch nicht tot Ich hebe dich erstmal auf, du kriegst zu viel damage von dem Bug da rum da hinten in der Ecke Voll in den Kopf geschossen Hey, der sollte mich grad noch schacken Ach, sorry Na langsam musst du es haben Jetzt habe ich es bekommen Ich habe es gerade bekommen, danke dir Jetzt sage ich nichts Oh mein Gott, langsam musst du es eigentlich haben Jaja Ist immer so Coole Sache Oh, wir kriegen einen Besuch von ein paar mehr Hordos unterwegs Ich komme zu dir Habe ich vorhin in der Mission auch zwei oder drei Stück, habe ich alles in die Kiste getan Kugelgießform Yes Das ist geil Äh, warte mal Ich gehe mal kurz ins Menü Ja, die schlafen ganz schabber Jaja Ähm Waffen Endlich der Scheißdugel Wir haben die ganze Zeit gesucht haben Armbrustexperte Habe ich schon hochgelabelt, okay Dann wird es Zeit, dass wir doch unsere Base mal Höher drücken Aber ich muss eh erstmal XP Ähm, die Base ist schon auf Level 15 Okay Ich habe sie schon hochgedrückt Dann kann ich mein Hauptlevel wieder hochdrücken Das ist gut Dann kann ich wieder die Levelbäume leveln Grad mal gucken Kann ich das schon jetzt Was ist da eigentlich okay? Ja, aber ich bin 15 Super Oh ja, jetzt geht hier wieder was Hoho, Armbrustexperte 2 Da muss man ran Die Armbrust muss besser werden Das war es schon wieder Schade Was war es übrig? Was war es übrig? Wir machen alles mal hier Warum war es? Kommst du klar? Ja, ja Wenn ich nicht klar kann Alter, wie weit ist denn die Karte? Ach, endlich mal das Ende erreicht Ja, ja Ich kann eschneiden Ja, das ist das Ja, ich kann eschneiden Ja, ich kann eschneiden Ich bin nicht klar, ich kann eschneiden 2 mit einmal mit einem pfeil die armbrüste ist geil gute loots, das muss man lassen und hier gab es endlich ein kleines kugelwies vorn da lebt er noch hat es aber nicht ah du scheiß hund so ein zwergvieh gibt es aber nicht ja ich komme gleich du zombie ich komme dich besuchen dann muss ich mal einen eingang suchen wo geht es denn rein, wo geht es denn rein da geht es rein, wunderschön das war ja wohl nichts ja das ist jetzt korona ah hier nehmen wir mal die tür schnell zu das ding zack wunderbar so wurde ein Schuh draus jetzt sind wir richtig hehehe cool du Pussy, du Elender da haben wir auch damit ganz einfach nicht sein ganz einfach nicht sein ganz einfach nicht sein gut ich habe noch mit ihm gesprochen das war's ne mit ihm reden und dann ja jetzt können wir noch ein bisschen looten ja ja looten auf jeden Fall hier gibt es so viel Zeug bei den EP looten ah ja ja oh oh was mag ich denn zu ich habe mir das Schraubenz引z Ja, eine schön harte Linie, schöne Linie, ja boah, läuft doch. Geile Nummer, so kann man EP machen, die Armbrust ist echt gut. Dauert auch nicht so lange wie der Bogen, ist einfach schneller. Das ist Geschmackssache, muss ich sagen. Alter, ich dachte das ist aber ein schneller Zombie. Ja, schneller Zombie und so fett gepanzert. Naja, das habe ich dann auch gesehen. Das die Zombie sie noch nicht gefunden haben, das wundert mich. Den Typen. Ja, das war's. Wurde ich auch sagen. Ja, das war's. 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 Wie geht's? so reinigen guten stoff wollen wir die truhe gleich auf 15 verbessern wenn es geht muss man haben scheiße holzplank empfiehlt schon wieder wir werden ich glaube angegriffen von den nachtfüchern kriegst du das oder muss ich helfen ein bisschen über die maue gesprung ein wir brauchen auch wieder große holzstücke holzform brauche ich die planken wir haben geheimnisvolle gast hier drauf wie sind zwei sachen dazu bekommen an mission und natürlich der eine mit der hut jetzt haben wir links noch einen stern und oben ist auch noch was gut ich habe und warum nur eine ich habe auch zwei gemacht komisch und 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 Das ist der Start. Ich kann auch nicht passen. Machst du jetzt schon wieder gleich die neuen Dinger oder was? Ich bin gerade in der Mission drin. So, jetzt geh ich mal in mein Handy... Ich bin gerade in der Mission drin. Ich bin gerade in der Mission drin. Ich bin gerade in der Mission drin. Um... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Für diesen Typen müssen wir alle Missionen abschließen. Und auch diese Mastaktionen... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's. Drei Steine habe ich gefunden jetzt. Und nochmal Kugelgieß vorn. Oh, Schwarzpulver. Das ist genau das, was wir brauchen. Oh, Schwarzpulver. 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 Hier war schon einer drin. Wo du gerade bist, da war ich schon. Gut, ich glaube, wir sind fertig. Ja, hier liegt noch Zeug auf der Straße, also irgendwie weiß ich nicht. Bei mir wurde aber nichts angezeigt. Wie liegt da noch was? Hast du entweder übersehen oder es ist erstgespunnt? Nee, bei dir wurde aber nichts angezeigt. Wie angezeigt. Hier ist noch eine verschlossene Tür sogar. Ich habe aber hierhin in die Toilette geguckt und da war nichts. Hier in dem Haus war, wie gesagt, auch noch verschlossene Tür hier oben. Hier die war noch verschlossen. Und die Schublade habe ich gerade aufgemacht. Ja, dann laufe ich doch lieber nochmal und decke für mich die Karte auf. Vielleicht wurde es dann nicht gezählt, ich weiß es nicht. Aber ich habe die Karte jetzt, glaube ich, komplett. Ja, ich war jetzt auch überall. Denke ich mal. Gut, raus hier. Eine Glühbirne. Können wir jetzt Licht machen? Ich habe eine in der Birne. Können wir Licht machen jetzt draußen bei uns oder was? Das wäre cool, wenn man so ein paar Lampen aufbauen könnte. Dann würden diese Nachtviecher nicht mehr in unsere Base reinkommen. Weil die sind noch nicht scheu. Der hat hier noch eine neue Mission. Ja. Alle kriegen immer Mission wieder dazu. Verteidigung der Schwachen. Ja, ich muss alle Missionen abarbeiten. Stück für Stück. routines dauern. Das ist viel größer. Das ist ein weißer Moment, aber erst live im R fitting. Das ist ein wenig bei uns. Ich versuche ihn nicht. Na, der hat jetzt auch wieder eine neue Mission hier, Korfok. Wir müssen die Mauer weiter hochbringen. Du meinst hinten das Stück? Komplett. Die müssen alle weiter aufgelevelt werden, weil nach vier Schlägen sind sie so gut wie kaputt. Ja, dann müssen wir wieder Holz formen. Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, no, they lost me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich mache mich Richtung Bahnhofsgelände, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit Holz. Nur Taxen, da sieht man die Scheiße. Schlecht, ja. Und nach Klitzern so wenigstens. So. 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Oh ja! Bei mir ist Scheiße! Ich muss den Kaffee von Shibo holen, na? Warum das so? Warum? Ich habe jede Sorge im Teegut oder sonstwo probiert, jede verdammte Sorte. Immer kam habe ich durchfallen und Kotzerei gekriegt von dem Kaffee. Okay. Sehr empfindlich. Oh, meine Pfeile liegen noch rum hier. Cool. Der einzige Kaffee, wo drin bleibt, sind natürlich die vom Shibo. Weißt du, diese Schildkrötenpanzer, kann man da irgendwie Rüstung draus craften oder irgend sowas? Äh, glaubt ja. Ja, dann lohnt es sich das nämlich für nächstes die zu töten. Nein. Von einer Cowork-Fan bleibt ihr weg, die Zombies. Ich kenne euch. Ich kenne euch. ... ... ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 da ist wieder so ich bin da nicht gesehen zu spät nicht eins habe ich bis jetzt von diesen weiß ich nicht erdhörnchen oder nennt man diese schuppen schuppen diese kleinen fischer mit den langen ohren die aussehen wie ratten aber nur mit so schuppenpanzer hätte ich jetzt auch gesagt erdhörnchen aber erdhörnchen das sind andere sind diese komisch aufrecht nach oben stehen und immer so komisch gucken also egal wie das vier heißt aber ich habe es jetzt nicht eins geschafft wir dürfen auch das kennt mich hört rücken und die jagen bei dir wo bist du denn wie weit weg du bist nicht in meiner nähe ich kann ja nicht helfen du bist oben im steinbruch glaube ich bin unten im steinbruch überlegte das noch mal mit der armbrust kannst du trotzdem immer bei dir tragen aber die ganze auch schnell abschütteln die schüttelkröten bei mir spawnt im moment gar keine die haben angst vor mir und die kommen nur im steinbruch vor die komischen fischer so übel schnell reagieren und die sind noch zu klein aber die sind nicht so wollen wir wieder aufgift sind die haben wir ja gesehen aber die haben wir ja so jetzt mache ich mal hier auf auf jäger langsam rumschleichen dieses vieh mal hier irgendwie vor die flinde krieg kann so nicht sein dann raus aus deinem loch wo immer du steckst komm schon wenigstens 1 da oben das gibt's doch nicht sie macht mir das leben schwer ich glaube hier ist es gerade lang gekuscht stellstich jetzt hier gesehen sie sind also schnell ist der wahnsinn ok hat wieder gewonnen ist einfach besser als ich so schnell kann ich gar nicht zielen gut muss man controller wechseln ja 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 komm schon bist du Nein, dieses Vieh, gibt es da was? Nein, das ist ein Vieh, gibt es da was? Was ist das? das gibt es nicht, Schildkröten spawnen auch nicht im moment hier bei mir komisch schildkröten das gibt es nicht, ich habe jetzt auch wirklich direkt hinterher geschossen ist das viel scheiße schnell das gibt es noch gar nicht hast du schon mal so ein Vieh abgeschossen? die sind auch extrem, also die Hasen sind ja schon schwer, aber die Viecher für ein hundertstel aus dem Blick siehst du und dann sind sie auch schon weg sehr sehr scheu aber ich habe heute noch eins, ich bin mir sicher ach du bist da, ein Zondies mit Armbrust, was ganz Neues das ist 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 ne eine Schusswarte das ist das ist das ist das ist das ist achja so müsste ich jetzt eigentlich alle so schusswaffe vielleicht bin ich damit besser dran ist viel zu bekommen jawohl ich hab's geile nummer und habe gleich dieses fell bekommen damit kann man nämlich rüstungen herstellen so eins ist keins so gut klappt dann ist gleich noch eins ist ganz langsam unterwegs sein haben sie sich weggenägelt aber ich habe ein stück fleisch bekommen was ist das jetzt so ich habe den platz gefunden Wem hätten bauen können? Wem hätten bauen können? Wen willst du bauen? Wem wir uns eigentlich schon hätten bauen können. Ja, unser Platz ist doch auch in Ordnung. Wenn wir das eine große Loch noch zu haben, dann ist doch top die Base. Nur von hier oben gibt es kein Entkommen. Weil das ziemlich weit oben ist. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komisch, dass man da oben in die Ecke nicht kommt. Oh, 2-Zundes mit 1-Streich. Schau mal, was ist denn das hier? Ich bin unter der Erde in so einer Kanalisation, aber da steht ein Feldbett am Ende und das war's. Ja, da kommt später noch einer rein. Ah, ok, so ein Missionstyp. Ja. Ok. Ja. 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 Es wird doch viel einfacher machen, wenn wir eine Axt nehmen können und können hier ein paar Bäume schlagen. Wenn wir eine Axt nehmen können, wenn wir eine Axt nehmen können. Kennst du das Spiel A? A? Ja, klar. Das spiel ich zur Zeit. Na, hab's bestimmt PC. Ich hab's für die PS4. Das letzte Update, was wir jetzt dazu gefügt haben für die PS4 waren, wie ich gesehen hab, die normale Autogeschütztürme. Wo wir automatisch schießen. Und davon eine Erweiterung. Also zu schwere Geschütztürme. Servus, mein Bester. Alles frisch. Da, da ist wieder eins. Ah, ich hab's erwischt. Und das sogar mit der Armbrust. Der war jetzt richtig gut reagiert. Also das mit dem Holz... Ja, ich mach dann glaub ich auch ein bisschen das Wort nicht mehr. Lieb zu wenig Holz rum. Hast du noch nie gesehen, das Game? Das Game ist Old Style, Mann. Ist richtig gut. Das ist Survival Game. Jetzt hab ich mir wieder so einen Fiend durch den Lappen gehen lassen. Da ist noch eins. Äh. Was hast du gesagt? Welche hast du noch nicht aufgerüstet? Da wo es, äh, bringt die Barrikade ist, ne? Ähm, da wo, wo der, ähm, das Schild... Wo mein Groß ist. Ja, genau. Ja, ja, genau. Der Geschützturm. Da muss noch aufgelattet werden. Scheiße. Ich muss mal auf mich jetzt aufpassen, sonst war's das gleich. So, also der beim Tor, da ist fertig. Okay. Ich hab mir gerade wieder viele Freunde gemacht. Scheiße. Ja. Ja. Ja, ich hab gesagt, und sind die Nägel ausgegangen. Ja. Mal gucken, ob ich welche verstanden habe. Normalerweise... Dafür brauchen wir ja den, äh, Lappenrost. Hab ich, äh, müsste, ähm, äh, ich guck mal. Entweder hab ich ihn bei mir, oder ich hab ihn reingeschmissen. Äh, die Säge fehlt uns. Ja, warte, dann komm ich schnell ins Mager. Kein Stress, ich hab's, Säge. Säge oder eine Beißzange. Beißzange wäre am besten. Muss ich gucken, äh, äh, in der Base hier, ist mir zu heiß. Ja, das Spiel ist auch richtig cool. Ja, man ist halt auch Koop, bis vier Leute. Kann man hier seinen Spaß haben. Wir hatten uns doch eigentlich auf zwei eingestellt. Ja, irgendwie ist es wieder bei vier, oder? Habe ich vorhin gesehen. Immer wenn ich den nachscheuen, steht auch vier. So, warte mal, Säge. Tu alles, was hast du in die Kiste. Brauchst du die Säge nicht am Mann, oder was? Nein, nein, nein. Musst du in der Kiste sein. Alles klar. Weil der nimmt automatisch die Rohstoffe aus der Kiste raus, was er benötigt. Okay, das ist doch gut. Dann werde ich mal alles reinhauen. Und Säge, finde ich, unter Ausrüstung, ne? Habe ich eine. Ich schmeiße rein. Ist drinnen, und was war es noch? Jetzt wird es angezeigt, jetzt wird es eine Säge oder eine Beißzange. Ne, Beißzange habe ich nicht. Kugelgießform habe ich noch zweimal. Ja, kannst du reinlegen? Ich glaube, die Beißzange kann man aber selber herstellen. Ich wollte gerade sagen, die Zange müsste man herstellen können. Nein. 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 Nein, die Kugelgießform kann man herstellen, die Zange nicht. Da liegt die Verwechslung, weil das sieht ja auch aus wie eine Zange. Also hier ist nichts diesbezüglich. Und die Flastersteine kann man auch herstellen. Okay. Aber wir brauchen unbedingt Nägel. Dann kann ich mir nämlich hier die Arme. Ich produziere jetzt welche. Das ist gut. Ich brauche nämlich den Armschutz und ein Beinschutz noch. 85 Stück haben wir jetzt. Alles, was andere Lappenrost da war, habe ich jetzt verballert. Und du musst vielleicht nochmal raus, weil wir werden die Nägel gerade immer noch. Ja, ich muss ja erst in die Kiste tun, dann wird es erst angezeigt. Ah, okay. Super. Gut, dann mache ich mir auf jeden Fall das. Und ich verdonnere dir jetzt hoffentlich nicht alle Nägel. Wir brauchen so, weil ich will hier hinten das zumachen. Endlich. Ja, das hat glaube ich Priorität. Mach das sonst mal. Ich kann mir die Armdinger eh noch nicht machen. Da brauche ich noch Fälle ohne Ende für Rüstung. Kopfbedeckung habe ich ja schon eine neue. Fünf Stück haben wir jetzt. Der ist auf 8 und der ist auf 11. Hast du auch schon die 11er Kopfbedeckung? Ne, ich habe immer noch die Anfang Kopfbedeckung. Ah, okay. Ich habe hier so eine schöne rosa Mütze. Aber ich glaube, das ist durch mein Skin. Wo waren das nochmal, wo man sich umziehen kann? Ganz normal im Inventar. Pause-Menü? Ne, Kreis. Kreis. Ah, ich stehe gerade auf der Leitung. Ich finde es nicht. Wo kann ich mich umziehen? Charakter anpassen. Ach, hier oben. Ich habe es. Wunderschön. Ähm. War ja wieder etwas offensichtliches. Einiges mit diesem Gesichtsbemalung braucht kein Mensch. Was ist das? Auch Gesichtsbemalung? Ne, Haare. Ja. Ja, Feuerball ist immer gut. So. Was finden wir jetzt? Ah, Holz fällt mir wieder. Ich mache mich auch gleich wieder los mit dem Holz suchen. Ich habe keinen Bock, das Holz zu suchen. Ich gehe einfach in die scheiß Mission. Oder so. Warte mal, da kommt noch so aus Wachtum aus Holz hin. 8 Holz und 10 Holzbretter. Kann man sogar die Unterhose aussuchen. Alter. Ich bin erst mal dann wieder bei Zollwütiger Hunde. Alles klar. Ich bin gerade mal meinen Charakter. Um, ummodeln. Bestätigen. Muss ja auch mal sagen. Ey. Ich bin ja immer noch so. Ach so, das ist die Kapuze jetzt. Die, äh, die versaut ist natürlich. Und die Rüstung. Das sieht man ja den freien Oberkörper gar nicht. Riechertuch. Warum sind die Rüstungen eigentlich alle rosa? Wenn wir mal ganz ehrlich, kann man da noch irgendwie die Farbe... Alter. Das ist doch total schwul. Alles rosa. Warte mal. Da muss es aber auch noch eine Möglichkeit geben. Ähm, bitte bitte bitte. Ausrüstung. Nein. Das muss wohl nicht sein. Nein. Ah, da gibt es noch irgendwelche kosmetische Scheiße. Da kannst du deine Ausrüstung dann, ähm, die Werte verändern und auch das Aussehen verändern. Das muss irgendein Zusatz noch sein, was wir brauchen. Kosmetik heißt das. Das ist aber überall. Dieses Kosmetik Zeug. Muss man sich nochmal mit auseinandersetzen. Und dann muss man da einfach draufklicken. Oder das reinziehen. Ne, das funktioniert nicht. Oha. Absetzen geht auch. Ey, das ist ja cool. Geil, komm mal in die Mission reingesponnt und da ist gleich das Nachtdreckstil. Ja, das ist gut. Das ist geil. Ist das jetzt deaktiviert oder... Ha. Gute Frage. Sieht ja egal schwul aus. Wo ist denn eigentlich der Zweite? Ich habe mir doch eben noch einen Zweiten gemacht. Ja, ich denke mal, man kann die, weiß ich nicht, wenn man aufs Menü geht, gell, dann kann man die Teile, wenn man sie angelegt hat, aber auch so einstellen, dass man sie nicht sieht. Genau, dafür ist das Auge. Nicht sichtbar. Rüstungsteile angelegt, aber nicht sichtbar. Das finde ich ziemlich cool. Da kann man nämlich auch den Rucksack und alles weg machen. Find ich cool. Aber Rucksack lass mal, sonst sieht das ein bisschen bescheuert aus mit der Waffe. Very nice. Gut, ich komme, dich stören. Obwohl das eigentlich keinen Sinn macht mehr. Weil hier in der Mission kriege ich Holz und meine Bretter. Und ich bin aus Versehen gerade auf Kämpfstufe gekommen und habe aber nur einen Balken aus Versehen hochgedrückt. Das dürfte nicht so viel ausmachen. So, da wollte ich hin. Weil die Level der Gegner richtet sich nach uns. Schnelles Nachwarn. Waffenblitz. Ich merke gerade, ah doch. Ich wollte schon sagen, ich habe keine Verbände mitgenommen. Oh, da brauche ich noch viel EP. Um alles hoch zu pushen. Ei, 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 ei. Warte mal, ich wollte noch heuer was anderes gucken. Nahrung. Kann ich immer noch nicht herstellen, dieses Fisch, Fischzeug. Brauchen Fisch, Fischbüchsen. Einen Kuchen will ich auch haben. Dann geh mal eng, dann geh mal angeln. Angeln. Angeln? Da muss ich mir aber erst eine andere bauen. Gibt es nicht. Gut, dann hole ich mir mal schnell ein großes Holzstück. Und dann werde ich mir auch mal den Richter herstellen. Den habe ich nämlich noch nicht. Ein Holzstück. Warte, wo hier irgendwo rumliegen jetzt. Seid man nicht so. Die glauben auch, ich bin doof, ey. Lass mich gar nicht drauf ein auf dem Scheiß. Ich brauche Holz. Nur eins. Und die große Holzlücke willst du dann so ein Tor stellen, oder? Ja. Okay. Super. Deswegen habe ich den extra so offen gelassen. Ja. Das ist doch mies, ey. Wo ist denn das Holz? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Du scheiß Hase. Nicht getroffen. Holz. Wir brauchen Holz. 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 Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Holz. Wir brauchen Holz. 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 Ah, dafür habe ich noch eine Packung Nägel gefunden. Ein Karton. Ui. Da, ey. Ich brauche noch... ...drei Holz. Eure Holz. Ja, ich bin ja auch gerade. Der Rest hab ich alle schon. Wunderschön. Oih, ich lebe, ich lebe. Gut. Du hast mir alle beide Bögen damals hergestellt, den normalen und den Beschützerbogen. Okay, dann muss ich das nämlich nochmal für mich graften wegen dem Achievement. Welcher war der bessere? Der Beschützerbogen, ne? Ja, der Beschützer. Gut. Okay, ich muss mir nochmal ein bisschen Medizin machen. Okay. 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 Okay, okay. 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 Ich brauche keinen Stamm, ich brauche große Baumstämmer. Einen habe ich. Ich finde hier immer nur die Scheißstöcke. Nummer 2 habe ich. Also dieser Kaffee lohnt sich echt, aber nur 100% eine Tasse Kaffee, obwohl eigentlich das ist natürlich auch unmöglich, weil Kaffee ist nicht durstlich. Ich habe die drei Baumstämmer jetzt. Ich habe gerade noch einen dritten gefunden und noch einen vierten. Dann haben wir ja das, was wir brauchen. Ja. Ja, ich suche mir auch den nächsten Bunker. Warte mal, wo bist du, Kaffee? Warte mal, wo bist du, Kaffee? Warte aus hoch. Ich habe noch Karte auf den Weg. Ne, wenn du neben dich links, da ist auch einer. ja ich hab doch hier einen von meiner nase also gehen bei neben den camps wo die leute sich im brachten ist auch ein punkter eingang so bin ich immer noch so schwer alter was ich jetzt am essen hat das ist schon mal essen bin ich auch ziemlich gut im moment dabei schon wieder über sieben schraubenzieher dabei zwölf haben kugel gibt es von zwei ja die habe ich ja reingelegt tun die sich also da braucht man immer wieder neue von diesen google gießformen oder ja das ist ja auch richtig scheiße ich brauche immer ein paar kugeln lauf hier mit nur kugeln machen wir mal welche ja da fehlen uns die bleikugeln aber die muss ich doch herrscht nicht ganz zugeworden ich muss noch eine mauer herstellen da müssen wir noch ein kleines ding reinmachen kann man diese kugel nicht auch herstellen ja dafür braucht es ja die kugel gießformen und wo kann man die herstellen hier oder was ja und 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 Was mache ich hier? Munition. Welchen Munitionstypen muss ich denn nehmen für die Großen? Für dein Gewehr die 8 Millimeter. Also keine 10 Millimeter. Die 10 Millimeter verbraucht meine Waffe. Ja, die habe ich auch. Für die brauche ich die Munition. Also 10 Millimeter. Nee, 8. Für dein Stürmgewehr 8. Nein, habe ich abgelegt. Ich habe die gleiche wie du. Die Tomigun oder was? Nee, die andere, die ganz große habe ich mir gemacht. Nee, ich habe nämlich die Tomigun hier. Die verbraucht 8. Hast du die auf dem Dreieck? Ja, warte, ich bin gerade dran. Ich gucke gerade. Waffe. Ich habe den Richter. Den Richter? Der braucht 10 Millimeter, passt. 10 Millimeter Munition. Ist die Tomigun besser als der Richter? Ich gehe mal gucken. Aber ich habe die Tomigun bei mir in der Privatkiste. Ich vergleiche die zwei mal gerade. Wer will? Ja ja ja, den kann ich doch nicht. Es ist einiger... Waffe. Wie? 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 Tja, so. Machen wir nochmal gucken. Habe ich die Tommy-Gun gestern wirklich weggesprissen oder was ist los? Ist weg. Was machst denn du Schaden pro Sekunde? Ich habe mir gerade eine neue Waffe hergestellt. Welche denn? Jetzt habe ich den, der Ankläger, Stufe 9. Warte mal, welche habe ich denn? Ja, ich möchte auch so eine starke Waffe, weil der Richter ist nämlich echt schwach mit Level 2. Schießpulver brauchen wir, Schwarzpulver. Wo ist denn der Ankläger? Ich gehe so um da Waffen und ganz umdünn. Fluchbringer. Ankläger. Ah, ok. Ja, dann fehlt da wieder Zeug, kann ich mir nicht craften. Scheiße, ey. Ich brauche Holz, ich mache mir die Tommy-Gun erst nochmal. Wenn ich das Stück Holz habe und habe die Tommy-Gun, gehe ich auch erstmal in die Mission und hole mir jetzt ein paar Rohstoffe, die ich brauche. Ich muss mir auch mal ein paar Waffen zusammenbauen, also ich mache immer hier noch mit den Starter-Waffen rum. Ich muss mir mal die Nahkampf-Waffe zerstehe ich auch nicht, ich habe mir die Gäste gecraftet und ist weg. Ich muss mir mal die Nachkampf ausprobieren. Oh nein! So, lass mal gucken, was die Tommigan an Munition braucht. Acht Millimeter. Ja, das ist scheiße. Acht Millimeter hab ich nicht viel Muni. Egal. Oh ja, 8 Millimeter. ... ... ... Okay. gut ist mir auf jeden Fall eine Nahkampfhafe gemacht zwar nicht stark aber scheiß drauf so Okay, okay. Jetzt habe ich den Hammer doch. Ich wusste noch, dass ich schon mal gestern gebaut habe. Nein? Das ist eine große Fragezeitung. Ich weiß, was du glaubst. Oh Gott. Dann ist es wohl das Ding. Na gut. Ja. Jetzt weiß ich, was ich in der Basis liegen gelassen habe. Schraubendreher. Jetzt kann ich die Kiste nicht knacken. Schraubendreher. Ich gucke mal, ob ich einen habe. Wenn ja, hüpfe ich mal kurz rein. Schraubendreher. Das war unter Ausrüstung, ne? Ja, habe ich vier Stück. Gut. Ich komme mal schnell zu dir. Ich habe eine Freundschaftsanfrage erhalten. Ich habe eine Freundschaftsanfrage erhalten. Dann kümmere ich mich um. Was ist hier? Ja, weiß ich nicht. Irgendjemand, der mich eingeladen hat. Kann ja nichts Gutes dabei rauskommen. Ach Quatsch. Habe ich eigentlich bei Blazing. Oder ist auch einer, wo das Spiel spielt. Ich habe keine schlechten Erfahrungen bei Blazing gemacht. Kann auch sein, weil ich ja gestern diesen Gruppeneintrag gemacht habe und dass die Leute mich essen sollen. Aber erstmal gucken. In den Häusern. Warum gucken? Nein. Weil da sind haufenweise drüben, wo verschlossen sind. Weiß. Wo bist denn du jetzt? Ich wollte den Schraubenzieher geben, meine Digger. Ich hoffe, du bist hier in dem Haus. Ich bin oben auf dem Dach. Im Nachbarhaus. Komm nochmal kurz drunter, dass ich hier die Schrauben... Oder nein, bleib oben. Ich kann dir die auch so geben. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Ja, ja. Pass auf, da ist noch einer von den dunklen... Von den Nachtbesen. Ah, dann kann ich ja nicht... In dem Paar... Nee, kann ich nicht. Ist mir gerne Rampus. Ja. Ja. So, wenn wir mal ein Schraubenzieher... Ja. Ja. Was ist da? Übergeben statt übernehmen. Oh, habt ihr zwei Stück reingehauen? Ja. Jetzt muss ich gucken, ob ich da nochmal rüberkomme. Wenn nicht, habe ich Arsch geleckt. Ja, dann müsstest du eigentlich nochmal da hinkommen. Nee, weil du ja von oben runter springen musst. Nee, ich komme nicht mehr rüber. Nee, ich komme nicht mehr rüber. Du musst einmal rum, am Ende, bitte. Zum Anfang zurück. Ja, da gibt es nur noch ein Durchgang. Mhm. Ja, schlecht mit zurückkommen. Nein, nein. Also ... ... ... ... Was ist das? 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 Ich bin immer noch da. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Weg zu kommen. Aluminiumrohre brauche ich als nächstes Sie sind wieder Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Stahlrohre Weißt du noch wo es diese Aluminiumrohre gab? Schmelze unter AL Ach kann ich mir selber herstellen oder was? Ja Ah ok gut dann gehe ich wirklich erst mal einen Kaffee trinken Dann brauche ich mir ja keinen Stress machen Wenn man die selber herstellen kann Obwohl Moment Das mache ich jetzt schnell noch Hanja machst du mir auch einen Kaffee mit? Keine Antwort Auch Ordnung Ja Das ist ein bisschen schwach das Ding Tierschläge Also Schmelze Und dann unter UL Jetzt muss ich mal gucken wo die Schmelze ist AL AL Für Aluminium 1 Brauche ich glaube ich Zweimal drücken ist auch gut Oh Oha Das hat er wieder scheiße gemacht Das waren keine Aluminiumrohre Ich brauche Kupferrohre Ich brauche Kupferrohre Also CU CU Kupfer weiß ich nicht Ob wir es da herstecken Ja Bei meinem Glück wohl nicht wahr? Bei meinem Glück kann man weder keine Kupferrohre Und da warten wir da steht doch CU Moment CU ist frei also da ist nichts eingezeichnet Nee Kann man nicht herstellen Dann sind wir im Level noch zu niedrig Ja 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 dann muss ich mir die Dinger doch bei einem Mischen holen Wie ich es gesagt habe Dass die da nicht gibt oder Hast du welche gefunden vielleicht? Muss ich dann gucken Ja 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 Jetzt kannst du den mal in die Kiste legen Ich brauche nur einen Einsschiss glaube ich Für Nahkampfwaffe Aber ich gucke gerade mal bei den anderen Missionsgebern Ob es nicht da irgendwo was gibt Wenn dann weiter unten Ich bin jetzt gerade oben bei dem Oha Das wollte man nicht Nein Was haben wir hier Klüben Holz Blub Nee Das wird nichts Da mal gucken Aluminium Dosen Ach Quatsch Ich brauche doch kein Aluminium Ich brauche doch immer noch Kupfer Ei 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 Hier gibt es Kupferrohre Ist aber noch rot Warum ist es rot? Hä? Weil es für uns noch selten ist Die Mission ist rot Aber ich kann die Mischen spielen Cool Ja ist normal Weil zum Boss Gegner ist So wie beim Kovac War die Mission auch rot Hatten wir die zusammen gemacht Hatten wir die zusammen gemacht Oder hast du die alleine gemacht? Hatten wir zusammen gemacht Das war das mit dem Zombie Wo wir in den Käfig jagen müssten Okay Ja dann würde ich sagen Dann stelle ich mich hier ins Haus Mache mir mein Käfigchen Rauch eine Und dann können wir ja die Mission zusammen machen Falls du Interesse dran hast Wenn nicht dann machen sie halt alleine Aber ich glaube hier im Haus dürfte mir eigentlich nichts passieren Eigentlich ist auch schon wieder eine Einschränkung Ne Und dann passiert dir nichts Okay Ich vertraue dir Gut Leute bis gleich Ich muss mal kurz einen Kaffee trinken Und eine Zigarette brauchen Bis gleich Ja Vielen Dank. 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 Ja, ich habe gequatscht mit dem. Der Typ. Der ist aber auch... Ich habe... Was ist... Ja, der ist... Ich bin... Ich bin... ... Ich bin... Oha... ... 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 Oh, oh, oh. Hey, ich wollte nicht mit ihm reden. Nee, nee, weiß nicht. Ich habe ihn erwischt. Schade, dass man denen keine Befehle geben kann, dass er warten soll. Ach, das geht. Ja, dann lass uns den Befehl geben. Du hast am Anfang vielleicht mal lesen müssen, was das stimmt. Schau, was mit dem Läden ist so eine Sache. Schnell durchklicken. Ja, wenn das so ist, dass man denen Befehle geben kann. Ja, mach du auf, ich komme hinterher. Nee, geht nicht. Ich komme nicht dran. Ich bin immer noch bei Frühjahrsputz. Ich muss aber erst mal zur Basis, ich brauche Munna. Okay. Ja, soll ich in Frühjahrsputz reingehen und dann machen wir es mal Frühjahrsputz, dass du da das Häkchen hast und dann hast du auch die frei. Weißt du, was ich meine? Weil so müssen wir sie nur einmal machen, sonst musst du sie nämlich nochmal machen. Das ist die Realität. Ich gehe Frühjahrsputz rein, warte auf dich. Macht mehr Sinn, aber ne. Wie sollten die Missions, wie gesagt, wenn man nicht gerade farmen oder so, sollten wir die Missions, die die noch nicht aktiviert sind, also noch nicht gespielt sind, die sollten wir immer zusammenspielen das erste Mal. Kriegen auch viel mehr Erfahrungspunkte, weil die Monster viel stärker sind. Ich muss einen töten hier schon. Da kommt dann mit der Missgabe hoffentlich zu. Die Ruhe wird angegriffen. Wie sind die bei uns in die Base gekommen? Die können hier hoch. Die können an den Abgrund hoch. Dann müssen wir da auch noch Blocker hinstellen. Herrgott. Das war gerade nämlich so Fettsack, wo der hochgelaufen ist. Ja, dann stellen wir da auch noch Blocker hin. Wir sollten uns auch so eine Eingangsschleuse machen, da diesen Weg, unser Eingang, da sollten wir vorne noch so ein kleines Ding hin machen und Barrikaden wie so eine Schleuse halt, Eingangsschleuse. Wenn sie den ersten Durchgang durchschlagen, müssen sie immer noch am zweiten vorbei, weißt du was ich meine? Ich mache so was eigentlich gerne mit so Schleusen und Sachen. Es ist immer doppelt gemoppelt, aber es ist einfach sicherer. Bei dem Stress können wir uns, das müssen wir uns nicht antun. Also, ich trinke mal und esse mal was in der Zeit, bis du kommst. Das vergesse ich ja eh immer. So, noch eine Büchse und da was essen. Was essen wir denn? Was haben wir denn hier? Gekochtes Hasenfleisch, das hört sich gut an. 99 Prozent. Das haut ja richtig rein, du. So ein gebratener Hase. Reparierst du gleich, äh, das was kaputt gegangen ist? Schon längst erledigt. Ja, gut, 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 gut. Ich habe auch nichts gesagt. Hm. Das einzige, was mich jetzt abfacken ist, sind mein Scheißstockgerät. Alter. Was ist überhaupt ein bisschen Nahkampf machen, ey? BUSCH! Ja, du. Elender. Ey, was? Bisschen aufpassen, ja. Ja, leider komme ich nicht raus aus dem Schweinestall. Ich muss hinten rum. Hier, ich auch nicht schu. Das weiß ich von gestern. Das ist Sackgasse. Töte nicht die Schweine, ne? Kollege? Nicht die Schweine töten. Die Schweine müssen... Oh, da fällt einer hinter mir her. Ich hole mal die, ich mache das mit den Schweinen, wenn es okay ist. Oder hast du schon eins im Schlepptau? Ich habe schon... Ja, einfach... Ich habe zwei Stück jetzt bei mir. Oh, 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 oh. Wenn sie mich so zornig machen. Komm. Aua. Ja, ja, die machen richtig Aua. Ich habe ein paar zu viel hier. Scheiße. Oha, ich liege. Komm ja nicht zu mir. Ich habe vier Stück von den Viechernbeinen. Die holen ich mir aber jetzt direkt die vier. Die sind hier hinten. Komm schon. Wenn wir außer Weg sind, sind wir außer Weg. Komm schon. Ja, die verarscht mich gerade. Ach, wie meinst du? Ja, 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 hau ab. Ja, ich habe Bandage nicht eingestellt gehabt. Kommst du aber an mich ran? Die sind mit mir beschäftigt. Jetzt nicht mehr. Ja, ich bring mich um. Hat keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Vielleicht schaffe ich dich aufzuheben. Moment. Ja, ich bin direkt im Schweinestall. Ja, da muss ich ja eh rein mit dem Viechern. Aber die haben mich direkt wieder umgehauen. Aber ich habe gar keine Chance, Medizin einzunehmen. Ich muss mir die Medizin schon mal einstellen. Und bin down. Ja, keine Chance. Ich bin ja auch umgefallen direkt wieder. Weil direkt am Spawn stehen die drei Schweine. Pass auf. Richtig diese Hausnummer. Kommt, kommt. Na, kommt. Gut. Na, wo bleiben Sie? Da. Ja. Ich will alle drei rein. Komm schon. Ah, Nummer zwei ist drin. Sind schon ein paar mehr drin. Jetzt musst du unten auf die Restaurant gezeigt sein. Vier Stück. Ich habe sie auch schon ins nächste Gehäge weitergeleitet, dass die nicht am Eingang stehen. Da kriegt man nämlich richtig Probleme dann beim letzten. Also, ich nehme das mal wieder mit die Jeans. Ein Hobby von mir. Bandagen. Ich weiß, wo ganz viele von den Schweinen sind. Ich hole die. Erstmal hole ich das eine noch rein. Wieso sind nur noch zwei Stück drin? Ich habe die schon hinten in die anderen Gehege geleitet. Die sind alle drin. Keine Sorge. Ich habe die nur vom Eingang weg gemacht. Dass das nicht passiert, was gerade bei mir passiert ist. Wenn du in den Schweine steifelst, dass du halt von denen umgehauen musst, weißt. Aber das ist ein bisschen Minus da. Ja, Gott. Ich lenke die drei noch schnell Rinder. Komm, ciao. Okay. Die müssten jetzt runter sprengen eigentlich. Komm, spring runter. Eins ist unten. Ja, gut. Ich glaube, ich habe nicht genug geopfert. 50 Minus ist es reicht. Ich hole mal das letzte Schwein. Weil ich weiß, dass hier hinten ganz viele sind. Hier hinten geht die Party ab. Die Schweine-Party. Kommt her hier. Schon mal gleich die Armbrust in die Hand nehmen. Eins fehlt uns noch. Ja. Das bringe ich gerade nach Haus. Okay. Und es hat mich auch direkt nochmal weggeknallt, ne? Diese Mist-Sau. Sprich rein. Die sind fertig. Ja, 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 ja. Auf Faust, Dicke, in den Ohren, diese Mist-Sau. Glaubt man von Spine nicht, ne? Ja, die machen echt gut damage, die Viecher. Oh, ey. Jetzt ist aber Schluss mit Mist-Sau. Ja, sie. Ja. Ja. Die haben allen zähes Leben, das gibt's ja nicht. Die müssen unbedingt mal sowas dazu machen, dass man Helme oder so noch nicht verarbeiten kann. Wieder. Ich glaube ich nehme das Gewehr. Das wird sonst ein bisschen zu heftig hier, mit Minus. Ich habe ja genug Munition. Waffe und D. Zombies haben wir auch, denn nur noch die Rohstoffe. Das ist doch nicht dein Ernst, du Mist, wie? Habe in die Ruhe! Alter! Ja, es ist doch nur ein Schwein! Gibt's nicht! So, was haben wir hier? Ich habe hier auch irgendwas gefunden. Eine Schachtel Nägel oder sowas. Wunderschön! Oh, wieder ein Schwein. Hm, bei mir ist auch hier irgendwas anstatt. Ah! Bleibt immer noch! Ah! Ah! Fertig! Ich habe gerade eine Trophäe bekommen. Für immer oder noch nie. Das ist glaube ich 15 Koop Missionen zusammenspielen. Ich habe meinen Schwein nie eingetötet. Na, wie konntest du nur? Aber ich habe schon viel getötet. Oha! Ich gucke jetzt noch hier rum, was ich zu einsammeln kann. Ne, das ist mir aber auch zu doof. Amanda, die Armbrust macht so viel Damage und die Waffe ist lächerlich. Aber die Waffe muss nicht so lange nachladen. Für viele Gegner optimal, aber für Zombies lieber die Armbrust, ganz ehrlich. Schon alleine aus Munitionsgründen. Da kann ich die Munition immer wieder aufheben. So, du bist da hinten, dann haben wir auf jeden Fall die Karte komplett. Einmal, ich komme dir nochmal schnell hin. Also, ich will nicht wissen, wie viel Baubärperl mischiert dann habe. Ja, das war's, wir sind Durst. Ich weiß mal was trinken, ich habe Durst. Gut, dann können wir jetzt die andere Mischen machen. Und nach der Mischen gehe ich mal eine Runde Holzluden. Das wollen wir da nochmal ein bisschen Sicherheitsscheiße machen. So lange wie wir nicht in der Bäs sind, wird die Bäs ja auch nicht angegriffen. Also brauchen wir uns keinen Kopf machen. Die Bäs wird nur angegriffen, wenn man auf der Karte ist. Richtig. Deswegen gehe ich direkt wieder in die Mischen, dass ich die Mischen dann schon mal habe. So, weiter. Na, ich muss erst mal meine Sachen entlernen. Ich bin mit auf dem Wald überladen. Ich tue es aber unter dem. Ich bin glaube ich auch überladen, aber... Ja, egal. Die Sporten auf dich. Ja, ich esse gerade noch was. Ja, ja, kein Stress, kein Stress. Oh. Schon wieder die Mission. Kannst du dich drum kümmern? Kannst du dich drum kümmern? Ach, hast du schon. Gut, wunderbar. Wollten wir erstmal außen vielleicht. Aber außen wird nichts die gemacht. Also hier in der Richtung liegt nichts. Ich guck mal kurz in die Richtung. Ein Hundi ist bei mir. Das war's. Gut. Dann... Ja... Auf jeden Fall zusammenbleiben diesmal, Mann. Du musst aufmachen, ich habe keinen Schlüssel. Ach, jetzt muss ich auch noch aufmachen. Und dann mache ich auf und gehe sofort wieder zurück, dass der Typ nicht an der Tür steht. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Wir bringen den erst ans Ziel. Und dann fangen wir an, die ganzen Dinge aufzumachen und hier in Ruhe abzuräumen. Das wäre vernünftiger, als wenn wir hier jetzt da so ewig rummachen. Weißt du, was ich meine? Aus mal auf und... Der Ziel ist so... Ich würde sagen, gemeint scheiße, dass der mit muss. Ich versuche den jetzt hier irgendwo einzusperren. Du hast gesagt, ich kann mit dem reden. Guck mal. Mach dich mal rein, Digga. Nee. Mach doch auch Türen auf. Mensch. Du hast gesagt, ich kann dem Befehle geben. Das versuche ich jetzt. Und irgendwie geht es nicht. Sprechen. So. Ähm. Weiter. Äh. Das wird wohl nichts. Tja. Dann duschen. Da fuhr... Da ist ein Hund. Mach die Vorhut und ich muss langsam hinterher. Ach, das kannst du doch knicken, ey, was hier abläuft. Ich habe keine Munition mehr. Klasse, ey. Der wird wieder drauf gehen, ne? Bleib du einfach außerhalb. Ja, wir müssten einfach zusammenbleiben. Ich halte mich zurück. Da müsste rein. Da liegt was. Ich lasse die Armbrustpfeile, äh, aber dass ich sie mir nehmen kann. Ja. Dann war der Hund pakt. Ja, ihr habt es gesehen. Hauptsache er springt nicht zum Stil, aber man... fällt ans仁 Rücken. Na ja. Der Typ muss auch noch zu kräfern. Ja, ich mache einfach langsamer, weil das bringt nichts, wenn sie den erwischen. Was ist da? Nein! Hau ab du! Clown! Jetzt kommt er nicht raus. Oh Gott! Jetzt kommt er nicht raus. Gut, eins fehlt noch von den sekundären, dann habe ich die abgeklappert und dann muss ich die Gräber nochmal. Hauptsache, ich glaube jetzt nicht irgendwo in ein Gebiet, wo du noch nicht warst. Das wäre übel. Das ist eins von den Gräbern hier? Ne. Ei, 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 ei. Der hat aber auch Probleme, der Typ, ey. Ganz ehrlich. Ey! Hundi! Hier hinten war ich schon, hier nach oben. Okay, da mache ich erstmal in die Richtung und mach du da unten in die Richtung erstmal. Weil ich vermute, da werden nur noch Gegner sein. Ich glaube ich nämlich auch. Mach ich erstmal hier das Grab. Das müsste ja eins von denen sein. Gut, Blumen haben wir auch gefunden. Ja. Ah, hier ist das Ding. Stop. 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 ich denke der ist auch fertig zwei gräber noch die truppe ist komplett jetzt gesäubert die sind frei gut dann müssen wir noch die zwei gräber finden wo einer ist hier hinten ganz am ende wo ich jetzt lang lauf hier oben ist der hier der letzte der geletterer grab ja dann fehlt uns noch diese ruin krieg mal einen der ist hier ne das ist von wildson da warst du schon oh hund hier hund hund Das war's. Ja. Wir sind fertig. Sehr schön. Ich kriege meine Kupferrohre. Endlich. So, schnell geht's. Nur jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich mit den Kupferrohren herstellen wollte. Einfach doch geil. Ach ja, genau, eine Nahkampfwaffe. Eine starke Nahkampfwaffe wollte ich mir bauen. Das war's. Eine Nacht in der Hölle kommt als nächstes dann. Eine Nacht in der Hölle. Hört sich sehr gesund an. Hört sich lustig an. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen erstmal die Priorität setzen und das mit dem Holz jetzt erledigen. Ich denke nicht, dass wir da dran vorbeikommen. So, erst mal das ganze Zeug in die Kiste. Wie sieht's denn aus mit so Big Packs? So Mega Rucksäcke. Müssen wir doch dann auch mal irgendwie in die Finger bekommen. mehr oder nicht schlecht, ne? Boah, jetzt gibt's neue Nahkampfwaffen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ne, doch nicht. Doch. Boah, Stufe 15. Die will ich haben. Alter, so eine riesengroße Axt. Da brauchen wir Schrauben, große Schraubbolzen und eine Hardrock Gitarre brauchen wir. Voodoo Hardrock Gitarre. Aha, okay. Dann mache ich mir doch erstmal das Ding hier. Pussy. So, die Kiste, die Kiste der Kisten. Das brauchen wir nicht mehr. die komische Mistgabel da wo ist denn hin? Mission? Was ist denn für eine? Holz oder was? Ne, von der alten Knacker Wegen was? Paar Schrauben holen Willst du jetzt doch erst Waffen herstellen oder was? Projektile können wir auch herstellen mittlerweile Hast du schon Verbesserungen an deine Waffen jemals gemacht oder machst du es später wenn dann die richtig starken Waffen vorhanden sind? Macht eigentlich mehr Sinn ne? Dann die letzten Waffen aufzulebben Ja, genau deswegen mach ich es ja nicht Ok, dann besorge ich Holz weil wir haben einen neuen Burgen zur Verfügung Level 14er Burgen Weiß halt nicht ob der ein Panzer von der Schüttelkröte durch schaut Aber das ist ja egal Macht auf jeden Fall mehr Bums Ich geh Holz sammeln Aber ne? Brauchen so oder so Holz Ohne Holz ist nix Ähm So, jetzt wollen wir die Markkampfwaffe ausprobieren Oh, bin ich jetzt wirklich gelandet Todesbringer Oh mein Herrlich Zang Unsch Öh Vorbeigeschlagen Super Hahahaha Mit nem Knie Mit nem Knie zerfammst er den Kopf Jetzt gehts aber los Alter Geiler Move Lohnt sich denk ich mal jetzt Es ist richtig stocke duster Hab schon das erste Stück Holz gefunden Also Bei mir ist es Du bist ja in der Mission Digga Kannst du ja nicht beeinflussen Aber ich sollte mich Richtung Bahnhof machen Aber ne? Sonst wirds ja auch bald hell Und ich hab nicht genug Holz Beim Bahnhof hab ich echt Da immer ziemlich gut Glück Und find immer viel Ja, zwei Stücken hintereinander hier am Bahnhof Trinken Sag doch Immer den Bahnschienen nach Wenn du Holz brauchst Aber wenn du Stalker brauchst Dann ist es auch sehr gesund hierher zu gehen Töter infizierte Pelikan Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Bt Was ist das denn? Was ist das denn? Drück doch mal auf die Hochdinger Na endlich Ohh Da war's weg aber ich habe holz gefunden nicht wenig also für den kurzen trip hier liegt auch ein stück holz ja nachts zu fahren ist echt genial sieht man einfach schneller als zeug ich will nicht behaupten dass tagsüber weniger liegt man sieht es einfach nicht auf die karte gucken und laufen ein Buch schmiert nicht so ich muss auf die Ome Oha was ist hier los? Party! Ich komme! Ich habe schon wieder ein Pfeilchen von Kretröfen, ich weiß nicht, ich weiß nicht aber am Ende der Schürfler oh jetzt kriege ich auch noch den Hirsch auf die Backen leider, zum Glück hat er nicht gesehen Boah er hat mich doch gesehen Shit! Du hättest es nicht sagen sollen Ja! Au ab du wütig du redendes Oh ich habe ihn erledigt ey Ich bin so oft gestorben von den Pfeilchen ey Der Pfeilchen und Luke Aber ich habe das gegratet Ich bin so großartig Ich habe das gegratet Ich bin so großartig Ich bin so großartig Es ist halt eine Sauber. Ja, nicht die auch noch. Ah, jetzt geht gut die Party ab. Jetzt geht die Sonne noch. Ah! Hey! 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 Hoh! Wünser Bauch wissen wir nicht. gut 93 prozent überladen top läuft gut 93 prozent überladen Oh, party. Oh, you're all done. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Halt mir eine Wiese Scheiße. Gern mal, jetzt umholen. Oh, ich weiß, wo ich war. Das ist ja auch schon mal was. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Diese Plischtier da. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich sollte vielleicht auch mal was essen und trinken gehen. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Das ist doof Das ist einfach nur nice der Typ hier abgeht Oh So, jetzt nehme ich mir mal die Horte davor Mal gucken Einmal mal rein Oha Oh 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 Jetzt gehen wir Oh Oh Und Unten links in der Ecke ist irgendwie, dass man da nicht hinkommt und oben rechts in der Ecke, auf der Karte, also wo uns erkennt ist. Das verstehe ich nicht. Zumal da, wie gesagt, diese Barrikaden, diese Züge und auf der anderen Seite sponnt auch Zeug. Da liegt jedes Mal Zeug, oben auch. Muss man auch irgendwie da hinkommen, das gibt es doch nicht. Hoops, rollen. Tchung, komm her, ja. Oh, pussy. So jetzt kann aber wirklich mal die Sonne untergehen. Ich habe zwar gerade ein Holzstück gefunden, aber wie soll ich sagen, man sieht kaum was. Das ist ein Holzstück. Uuuu, hat uns wieder übertrieben. Gut. Oh, das ist cool. Und wenn du auf dein eigenes Inventar gehst, auf dieses Logbuch, da sind die ganzen Einträge, was du selber schon gecraftet hast, was du hergestellt hast, etc. Punkt, Punkt, Punkt. Mal gucken, ob da irgendwie auch Zeiten stehen. Ne. Ich würde gerne mal wissen, wie viel ich getötet habe und mit welcher Waffe. Da müsste es eine Statistik geben. Da kommt ein Fetty und greift unsere Base an. Ich habe mal 14 große Holzstücken reingeschmissen. Mach du das mal mit dieser Action da. Ich kann mich schon mal entdecken. Komm weg hier. So kann man es auch machen. Die Gießerei hat angegriffen. Dann ist was immer das. Wo, 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 wo? Ah, hier ist noch eine Lücke. Ja, gerade gesehen. Ja, dann mach mal die Lücke zu. Oh, da kommt Fetty. Und hier vorne ist auch noch eine Lücke, ne? Ja, ich kümmere mich um den dicken. Warte, warte, warte. Hä, ich komme hier nicht mehr raus auf einmal. Außerum. Okay, okay, okay. Ich gehe auch so rum. Hey, du Pusskopf. Da haben wir die Beine weggerissen. Warte, ich komm. Danke dir. Alter, selbst durch die Mauer kam die Explosion. Ja, hier bei mir ist noch eine Lücke, ne? Aber ich glaube, das weißt du. Ja, ich gucke gerade, was alles beschädigt ist. Ja. Ich habe schon das Teil. Ich setze jetzt rein hier. Ich mache die Lücke zu. Gut. Ich denke mal, ich habe das gut gemacht. Ja, da kommt man nicht mehr durch. Ist geblockt. So, jetzt noch auf CR abgraden. Also das Holz langt nett. Ja, ich mache mich nochmal los. Wir müssen ja hier oben dann auch noch, ne? Wo der Fett sagt. Weil hier muss alles noch abgedeckt. Ja, ja. Ich kann hier zur Kiste. Auf der Seite. Ja. Und hier, wo unsere Kiste ist, kann man hoch. Ja. Hier müssen wir so oder so noch Zäune. Da kam auch der Fett vorhin hoch. Ja. Da müssen wir noch Zäune machen. Ich mache mich wieder los. Es ist auch Nacht. Es lohnt sich jetzt. Ich mache mich runter an den Bahnhof. Und versuche wieder so viel Holz wie möglich. Wenn ich dann zurückkomme, muss ich mir erst mal ein paar Bandagen machen. Die gehen mir nämlich langsam aus. Ja, Istlan. Hey, hau ab du Elch. Was geht jetzt wieder los? Hey, der hat mich wieder erlöscht. Das ist doch ein Vieh. Ja, ich habe zwei an der Backe. Du lachst. Zwei Hirsche. Einzige Rettung ist mein Haus jetzt hier. Ey, die Regen ist wirklich. Die kommen ja sogar da hinten hoch. Scheiße, Dekki. Rein da. Ah, das ist nicht dein Ernst. Der ist doch Fenster gekommen. Nein. Ey, übertreibt doch noch. Alter. Was für ne geile Nummer. Der ist genau da, wo ich hin wollte. Der Hirsch ist doch Fenster gekommen, Dekki. Ah, ich sehe den Hirsch. Es sind zwei, pass auf. Einer ist oben im Haus und der andere ist draußen. Das gebe ich mir ja gar nicht den Stress. Ich wollte es nicht gänzen. Ich wollte vom Holz fahren. Scheiße. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin direkt bei dir. Einer ist aber tot. Ja, wegen einem Schuss oder was? Mit einem Schuss. Mit einem Schuss. Ja. Ein Schuss war es. Danke dir. Egal ob ich dich verletzt habe. Ne, ist okay. Hast mir den Arsch gerettet. So. Oh. Ich komme auch noch so nachts. Den habe ich gar nicht gesehen. Nicht nur oben. Unten ist noch eine. Komm, alle beide. Scheiße. Bleib noch. Ich könnte es schaffen. Hör aus, würde ich aufheben. Nehm dir eine Bandage, sonst liegst du gleich wieder. Ich kriege ihn nicht rein von hier unten. Komm runter. Okay, du hast ihn. Der ist tot. Ja. Schönes Ding. Die Armreifung kannst du aber gleich in der Schmelze verarbeiten. Wenn die kriegst. Boah, ich habe 29 Heilpflanzen, ne? Aber keine einzige Bandage. Bandagen sind in der Kiste mehr als genug. Boah, über 200. Jaja. Das war ganz klar, weil ich meine Heizlanz im Ursch habe. Ja, mach das. Ah, endlich am Bahnhof angekommen. Dann geht es auch schon südlos und toll. Nee, nee. Aber auch Zondies ohne Ende. Das war ganz klar. So, jetzt sind die Gegner für dich wieder bis hin. Oh, gut. Das war ganz klar. Scheide schnell! Zu schnell! Schau weh! Sf. 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 Die Natke geht immer zu schnell vorbei. Ja, kann ich dir auch. Sf. . . Untertitelung des ZDF, 2020 Also der Poké macht guten Schaden. Ich habe eine infected Hase bei mir. Alter, ist er denn der? Oh Gott! Ach, ich weiß nicht. Hör, ich mache das Schaden! Ich habe das Schaden! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oha. Töö, vorbei. Töö, vorbei. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Trophäerhaltung Was für eine? Töte alles was sich bewegt Töte alles was sich nicht bewegt Töte 5.000 Egal was also du hast jetzt hier 5.000 Kills gemacht in dem Spiel Deswegen das Achievement ist schon nicht ohne 5000 Na da brauche ich noch ein bisschen Und du weißt schon ich mache Missionen und renne hier nur mit 4 Feinden rum Das ist gut Geil oder? Du der war aber knapp Jetzt gehen ja wirklich die Pondagen aus Jetzt haben sie auch noch dran Ja 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 Pussy Oh nein ich bin immer heute gerannt Nein Nein Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin ein Wettbewerb. Jetzt kann mal die Sonne runtergehen, dass ich das Holz wieder sehe. Das machen die alle. Alter! Oh! Oh, no. Das war's, was er? Was ist das? 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 Ich wusste, dass das Vieh hier irgendwo jetzt gerade wieder war. Ja, extra langsam. Kannst du vergessen, das ist so schnell, das Vieh der Hammer. Ah, ich krieg dich ja noch. Aber so wird das nix. Moment mal. Oh. Ich hab mir meine ganzen Pistolen abgelegt. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh. Ich weiß, dass du hier bist, ich weiß es. Hm. Ich weiß es. Raus aus deinem Loch. Jawoll, hab's erwischt. Du wolltest mich austricksen. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Ey, da musst du so langsam machen. Die dürfen dich echt nicht mitkriegen. Heftig. So, was ist denn das jetzt? Der kleine oder der große Steinbruch? Der große. Dann bleiben wir doch mal hier. Gehen wir jetzt mal runter. Oh, da ist es wieder. Ich bin doch so ein Opa. Mensch, bin ich ein Rentner geworden? Das gibt's ja gar nicht. Keine Reaktion. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin doch eine Mt. 11-20. Und dann gehen wir mal auf WC. Danke. Die Drohne erschrickt mich aber auch andauernd. Was? Oh, ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Servus, wie kommst du jetzt da rein, hier in die Party? Ah ok, der ist auf für kleine Jungs 15 sind wir, aber wir haben auch gestern erst angefangen, von daher sind wir schon wirklich weit. Ich glaube wir haben auch vier gestellt, also Platz ist und waffentechnisch am Ende. Ist ja nicht das Problem am Ende dir eine starke Waffe zu geben und da levelst du natürlich Servus, kapieren? Du levelst dich auf jeden Fall schneller, wenn du so starke Gegner hast. Also wie gesagt, wenn du Bock hast. Was denn? Ach so, das was wir gerade zocken. Das geht schnell, halbe Stunde war das runtergeladen. Oh, da haben wir noch einer wo mit uns zockt. Jo. Äh Skopjen, ich würde mich nicht mehr unterschätzen. Ich habe jetzt zwei neue Klassen. Einmal den Carbonier und den Heavy Run. Bei ARC oder was? Nur weil mit meiner... Ja. Ah ok. Habe ich das Vieh jetzt erwischt? Es hat geblutet. Ich merke gerade unsere Basis wird angegriffen schon wieder. Immer dem Blut nach, Blut nach. Blut tropfen. Ey diese... Diese hässlichen Viecher. Brauchst du Hilfe bei der Base oben? Ja ich guck gerade wo die hier angreifen. Oh das ist schon wieder so ein Nachtschwärmer. Kann es sein, dass die auch unter Base spawnen können? Diese Nachttypen? Ich habe mir fast das Gefühl. Ne, die sind außerhalb. Ah ok. Ja dann ist schon ordnung. Die können aber zwar über die Mauer bei den kleinen Trieber springen. Jawoll ich habe es erwischt. Hahahaha. Hey Alter wie lange das gedauert hat am Ende das Vieh zu bekommen. Das ist ja wirklich ne Jagd am Ende. Die Tiere sind Katastrophe am Ende. Wie schnell die sind. Ich habe glaube ich noch nicht einen einzigen Hirsch. Also doch bei dieser Mission. Da hatte ich schon mal zwei oder drei. Da ist jetzt auch wieder so ein Vieh oder was? Ach du meinst Infekted Hörscher. Ja die sind ja Katastrophe. Ne ich meine die die nicht angreifen. Für Nahrung. Also die normalen. Ja die noch nicht infiziert sind. Die sind echt schwer zu bekommen. Insgesamt die ganzen Tiere sind übel schnell. Außer die Infekted weil die greifen halt an. Und die anderen hauen ja ab. Gebt mir noch eins bitte. Ich bin auch ganz lieb. Hau ab. Du Ströcher. Oha. Ja mein Gott kommt. Ach so. Ich habe ich am 20. Zwischen 17 und 20. Drei Tage nach meiner Einstellung. Das war am 17. Nur Vorteil wenn der oberste Chef Netzflotte macht. Da mischt sich meine Ex-Lieger Mutter mit ein. Ich bin bei der eingestellt. Das ist auch geil. Also kann ich nicht. Also ich krieg mein Geld immer pünktlich. Das ist auch geil. No weah. Aber schneller geht's nicht was? Kollege? Ist der schneller als ich? stoppen wir haben damit erst gestern begonnen mit dem camp ja wie gesagt der kollege können wir ein paar starke waffen geben rüstungsteile und dann passt das ich habe erlegt er hat sich hier festgehangen bei mir wer hat sich festgehangen ein re normales re bei unserer base oder was hier unten wo ich gerade bin der hinde hier an dem baum fest ich konnte ihm gleich zwei feile reinjagen ja wir stellen uns glaube ich ein bisschen doof an aber ich habe nicht gelesen man kann fallen bauen aber wir können fallen aufstellen sollten wir fallen bauen macht irgendwie mehr sinn tun wir die in einem gewissen gebiet immer aufstellen und dann immer regelmäßig die fallen kontrollieren und da sind wir glaube ich schneller an fleisch und so sachen dran weil so die tiere zu jagen ist ja echt katastrophe ich versuche es die ganze zeit aber ich habe jetzt zwei tiere bekommen zwei zwei tiere eine stunde cool läuft ist der kollege drauf ach so du machst so was anderes boh Sieh! läuft kommst du auch in die mission? ich bin ganz dran aber ich merke deine internet leitung auch gerade du leckst aneinander wie die sau leckt der kollege bei dir auch so? jetzt gibt es krabbler, hier krabbelt einer was? wo krabbelt einer? hier ist einer gekrabbelt ja du hast ja umgebracht jetzt krabbelt er nicht mehr alter, sie sind hier für eine party hallo wir müssen 100 zombies killen ach so ja läuft bei uns oder? alter glaub mir nicht den ganzen kill hau ab such dir andere baustelle ich hab da schon 5000 kill ja ich nicht dann wirds mal zack tu mir die ganze killklaust boah jetzt liegt er aber jetzt hat er wieder verkackt ach der macht auch noch mit schusswaffe rum hier guck ihn dir an du bescheißt doch ich renn dir mit der armbrust rum am Ende ist das meine internet leitung oder den seine? hinten guck甚麼 alter am besten du sagst gar nichts guck ja es merkt es wenn sich um zu den einem Eierschauber, nirgst du? Party! Such deine eigene Baustelle, hau auf jetzt! Quasi ich bezahle für... Ja, aber man holt ja auch nicht einzeln, also ganz ehrlich, wenn du 50 Gramm mit einmal holst, hast du einen ganz anderen Preis. Hol ich mir immer für 50 Gramm, also 5 Gramm. Ach du musst dir 50 Dinger holen gleich, aber 230 Euro und du das... Ich komme etwas durcheinander jetzt hier am Ende, was ist mir jetzt gerade passiert? Haben wir verkackt? Ja, wo bist du denn? Ja, Mission gescheitert. Aha, für dich? Weil du gestorben bist. Guck, ob du mir reinscheuen kannst. Geht nicht. Kann ich bei dir reinscheuen hier. 100 Zombies und ich stehe da mit dem Crossbow. Oh, willst du mich verarschen, oder? Ja, aber schief. Geht nicht. Oh, 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 oh. Prima, statt müssen die Kanten, das ist Märchen. Ey, was soll die Scheiße, mir fehlen noch 4 Zombies, wo stecken die? Die, die, die hab ich mitgenommen, die 4 Zombies, die hab ich mitgenommen, mhm, ne 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 ne, Thüringer, nein, ich komm aus Thüringen ursprünglich und lebe jetzt in Hessen, eventuell durch dieses Mitschmatsch am Ende, ja, hessisch, 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 wo genau, was, Frankfurter Main, mittendrin, statt nur dabei, was lachst du, jetzt sag jetzt dir ja nicht, dass du auch aus Frankfurt kommst? Ich wohne in der Nähe von Fulda, Fulda, okay, ja, das ist aber schon ein Stück weg. Also Steinau an der Straße, da wohne ich. Ah, okay. mit den Chips hier, er fährt man ungefähr halbe Stunde. Was? Boah, das ist ein sehr ernst, ja, das ist wohl ein guter Laufen, ne. was? Das passt aus. Wenn du Atombobben brauchst, musst du in die USA gehen. Da musst du nur ein ganz bestimmt roh den Knopf drücken. Ich wollte einen bis später in die Schweiz legen, als Kopf findet man da unten gut. Na hier, den Wohrenstöckel rauf, ne ne, also kriegt man gar nicht mehr von dem. Nein, stimmt gar nicht, du bezählst auch nur einmal die Steuern wie in Deutschland. Na hier, den Wohrenstöckel Rauf hat nur damit etwas größt und哪, was du sagst. Nein, die Lust, die musst ins Ansatz machen. Du musst komplett anders machen. Du musst in Deutschland wohnen und in die Schweiz schaffen gehen. Das haben Kollegen von mir nämlich gemacht. Die sind nämlich im Monat mit knapp 4.000 Euro immer. Die kommen damit über die Runde. Die sind nämlich im Monat mit knapp 5.000 Euro. Die sind nämlich im Monat mit knapp 5.000 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 wir sammeln jetzt schon noch alles ein hier also hier kann man auch gut und gut also das nennt man wirklich hölle auf erden die mission schlimmer eine nacht in der hölle noch im haus oder kommt man da nicht rein und kommt man nicht rein wir müssen nur die zombies töten mehr kann man hier nicht machen das ist geil er sitzt überall rum und ich stehe nur auf einer stelle und schießt mir gebrochen ja aber die waffe ist totale schalte ja die die waffe die ich jetzt hatte ist scheiße ja mission halte den dieb ich muss es mal kurz ablegen andere waffe holen also und Du läckst, man hört dich gerade nicht. Ich mach mal dein Download fertig und dann fällt. Und jetzt noch wieder. Was haben wir? Windräder? Keine Ahnung. Ja, ich hab dir gesagt, du soll den Mund halten. Dann soll sein Download fertig machen. Ja, bestimmt gibt es in Hessen Windräder, aber keine Ahnung wo. Cool. Ich hab dir gesagt, du sollst du das mal an. Ich hab dir gesagt, du sollst du das mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Holz, Holz, wir brauchen Holz, Holz Jetzt wollte ich arroganterweise die Tür knacken, obwohl da so ein Infected Hirsch neben mir steht. Das hat er sich nicht gefallen lassen, dass ich so arrogant war und ignoriert habe. Er hat mich nicht ignoriert. So, da ist er wieder in der Base. Aber ich habe ein Stück Holz mitgebracht. Ein Stück Holz, ein Stück irgendwann. Das läuft bei mir, oder? Ach, jetzt kann ich hier hinten wieder nicht drunter springen. Ja, die Zombies kommen ja sonst da hoch. Weißt du doch. Dicht ist dicht. Da kommt jetzt auch noch die Schleuse. Jetzt wird Schleuse gebaut. Wenn du zurückkommst, ist ja alles dicht. Ha, 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 ha. Stimmt. Wir haben nur auf zwei Personen eingestellt. Da steht doch immer vier da. Ey, jetzt sag gar nicht, oder? Dann müssen wir ja wieder neu anfangen. Oder kannst du... Oder kann man das Camp übernehmen? Ja, ich muss mal gucken. Aber wenn, dann stellen wir nur auf drei Spieler erstmal, ne? Wenn das möglich ist. Du hast alles richtig gemacht, ne? Ja, ich bin stolz. Ich hau ab hier. Jetzt muss ich mir Bandagen erst mal machen. Das nutzt ja nichts. Aber ich habe hier dann Holz gefunden. Ich bin gut. Ja. So, kannst beitreten. Hast du auch drei Spieler gemacht? Hä? Ja. Hast du auch drei Spieler gemacht? Ja. Okay, super. Ich muss sich dran erinnern. Müssen es nicht löschen. Ich muss einfach die Pfeiltaste runter drücken. Nee, hoch. Donne den nhau auf! Du hast es nicht so, dass du das überwunden hast, du hast es nicht oder es nicht. Tschüss. Ich muss dich einfach aufpassen. Ich muss dich feststellen. Bist du, schubert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das blockiert die normalen die normalen holz säune kann ich ja auch bauen also die großen ich will gerade so niedrige setzen wo man drüber hüpfen kann und den lässt sich nicht setzen vielleicht ist es mal versuch mal da unten braucht bandagen nur durch bandagen ja live das loot kommt immer wieder neu abluden gibt es nicht okay ich muss auch looten wir brauchen holz ist ja nichts neues ja ich komme auch in die richtung das ja 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 ich hab dir mal zwei leichte verbände gegeben ne musst du schon haben und drei große habe ich dir gegeben ich habe selber nur ganz wenig im moment selber nur fünf stück vorsicht ich bin gerade hier durch menge zombies gerannt ah sind tot so ich mache mich wieder zum bahnhof holz fahren besser ist wenn du armbrust oder bogen dann ist einfach sparsamer du kannst die pfeile immer wieder aufheben das ist das schöne ne du hast mich abgeschossen du hast ja du musst ein bisschen aufpassen ja das ist der nachteil bei schusswaffen du machst übel krach und lockst alle an dreieck das heucht bei dir ich mach mal die karte auf also finden wir den bahnhof wir müssen wir müssen runter 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 ich nehme auch nicht jeden gegner mit sonst brauchst du stunden um hier durchzukommen wenn wir hier jeden gegner töten willst ich nehme nur die die mich verfolgen sieh 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 auf sieh sieh im haus war ich nicht ich bin nur außenbereich obwohl die mission fertig ist wird durchsuchen noch alles immer ja aber wir sind ja in keiner mission wissen in der volt er sagt ich habe trotzdem auch wenn wir in der mission sind mit uns zu wundern das ist richtig einfach in die kiste immer legen in die große die da in der west steht stoff ist wichtig für bandagen ohne stoff keine bandagen ja wohl ich habe einen hasen richtig geile nummer jetzt habe ich mal echt schnell reagiert und holz auch ohne ende holz ich bin oben am bahnhof wieder da wo die bahnkreise sind aber hier ist die ein noch von der ja Ich habe gesagt, hier ist die Wölle los. Der hat auch noch keinen Bock auf den Bahnhof. Ja, vor allen Dingen sind die Zombies jetzt übel stark, weil wir zu dritt sind. Ja, wir sind auch zu dritt auf der Karte. Sie sind jetzt übel stark. Nö, finde ich nett. Ich schieße trotzdem noch mit einem Schuss dort. Mit was schießt denn du? Ne, kann nicht sein. Ich habe auch Armbrust voll hoch gelevelt. Und ich brauche zwei Schuss. Hast du schon den neuen Bogen oder was? Oder was benutzt du? Was benutzt du für eine Waffe im Moment? Warte, den 14er Bogen. Also den neuen Bogen. Ja, du, du, immer, immer, immer hat er das kräftigste uns neuste am Start. So, Muji. Aber ich kräfte mir den auch gleich. Hast du mal versucht? L2 gedrückt. L2 gedrückt halt und wie du rennst. Richtig. Ich wusste gar nicht, dass wir da rein können. Weil ich bin gerade wenig dabei, die Sachen zu fahren für unser Gebäude, um die weit auszutrauen. Nein, ich mach Holz. Ohne Holz kommen wir auch nicht weiter. Ja, das was am meisten erfüllt sind die Holzbretter. Nein, ich brauch für die Barrikaden, aber da sind wir ja auch noch nicht fertig, das mach ich. Ich bin jetzt wieder oben. So, jetzt gehe ich noch mal weiter auf Holzbretter. Danke dir. Hey, wer bist du? Hoch oben in die Truhe an der Basis. Ja, machen wir gleich Missionen zu dritt, würde ich sagen. Ja, ich gehe erst mal nur auf Holzbretter fahren. Ja, kommen wir noch zusammen. Dann sind wir doch auch schneller, wenn wir da zu dritt durchrennen, weißt du was ich meine? Ja, den ich craft mir jetzt auch aus mal noch den Hardcore Bogen, bevor ich weitermache. Hier unten die Schleuse ist fertig. Versuch gleich zwei herzustellen. Für den Kollegen meinst du? Ja, kein Problem. Weil der Bogen ist besser als die scheiß Pistole, wo der da hat. Ich fange schon mal mit der Mission an. Ich packe es auch alleine. Du brauchst einen Bogen erst mal. Ja. Ich bring dir den Bogen mit, ich komme auch hin daher. Und du bist da. Nee, ist er nicht. Stehen bleiben. Das war mir klar. Dreieck. Nicht gedrückt halten und ordentlich ziehen mit der Knarre. Ich bin ja nicht mehr da. Ich bin da drin. Tschüss. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin da. Das ist ja die Knarre nicht. Ich bin da. Ich bin da fertig. Der weiße Herzen. Der weiße Herzen. Ich bin da. Ich bin da. Hier drin. So, noch ein Hund, die fehlt. Und Holz fehlt auch wieder. Da habe ich den. Oh, komm. Wie ein Wichs hörst du. Ganz alt. Oh, komm. 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 Oh, das Wort schnappt. Oh, das war. Die brauche ich. Ja, die Gitarre brauche ich, da kann ich mir eine richtig geile Nahkampfwaffe herstellen. Dann kann ich dir auch gleich den Bogen geben, den ich gecraftet habe für dich. Ich komme jetzt hoch zur Welt. Ja, die Gitarre brauche ich. Hey, er schießt mich nicht. So, ich gehe mal kurz ins Menü. Die kannst du mir auch so geben. Und jetzt einfach ins Menü auf die Gitarre, dann auf der rechten Seite auf diese Linien. Kreis. Ja. Ja, die kannst du gleich in die Kiste, weil man... Ich muss... Ich muss äh... Doch, brauchen wir um die Einzelplätze. In die Schmelze, ja. Ich habe dir den Bogen reingetan und Pfeile. Kannst du ja mal aufstatten. Ich renne mal zur Base, dann hast du es wahrscheinlich in der Base. Wir sind da unten, da hängt ein Hase. Cool, ich habe hier eine Falle gebaut, eine Hasenfalle. Unbewusst. Hey. Komm her, du Hase. Leute, die werden irgendwo angegriffen. Ja, das ist hier unten bei mir ein dicker. Ich kümmere mich schon drum. Aber erstmal bitte ich den Hasen. Jo. Ciao. Gut, ich komme mal. Wenn du die Touch-Taste drückst, kannst du die Karte aufmachen. Und mit L1 kannst du es verkleinern. So Leute, wir brauchen jetzt nur noch einen Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, warte. Warte mal aus, rum. Einmal rechts rum. Hier oben lang. Ich tue Schraubenschlüssel. Meinst du jetzt Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel? Schraubenschlüssel. Tue ich einen in die Kiste. Ist in der Kiste. E2. E2 gedrückt halten. Das ist das, wo ich stehe, Jenro. Hier ist das. Aber hier ist keine Gitarre drin, in der Kiste. Keine Ahnung, wo du die hingetan hast. Die eigene Kiste ist unter der Erde. Wenn du ganz hinten hingehst und drückst oben auf das Symbol, wenn du auf anderes gehst und drückst hinten, machst du alles gleich rein. Wenn die Truhe bei dir offen ist und du hast ja die zwei Abteilungen, rechts ist ja von dir dein Inventar, gehst du oben, ja, gehst du oben ganz rechts auf anderes drauf. Und drückst neben dir. Ja, hast du schneller hinter dir. Ah. Bolzen, zweimal Bolzen. Schlauch. Bolzen. Schlauch. So, wir treiben jetzt auf Bolzenjagd. Hier diese paar Sprühdosen, wo kriegt man die Farbe dafür her? Äh, keine Ahnung. Es gibt sogar einen Schalldämpfer für die Fahrsprühdose. Ist das eine Waffe? Naja. So, ich laufe jetzt schon mal die Dermission, wo es gibt. Ui. Und ich suche die Fallen, ehrlich gesagt. Ich gucke gerade mal alles durch. Wir haben doch alle Gebäude, hast du gesagt. Wir haben alle Gebäude gebaut, richtig? Ich weiß nicht, ob noch welche dazukommen. Okay. Weil mir fehlen die Fallen, das gibt es noch nicht. Ich wollte ein paar Fallen aufstellen und wegen Tieren jagen. Okay. Okay. Ich habe dir den Bogen in dein Inventar, habe ich gesagt. Pfeiler auch, musst du dir nur einstellen. Ja, aber das war davor. Der hat bestimmt gerade erst gemacht. Ich habe das gemacht, bevor wir in der Base waren, da wo wir uns eben gekämpft haben. Ja, dann ist es in der Truhe. Ah, ne, die Waffen nicht. Die Waffen werden nicht weggeschmissen. Ja. Ich gucke gerade, ob dem seine Waffen hat. Falls das nicht so eingestellt wird, wie ich es gesagt habe. Todes. Todesatem heißt der Bogen, den du haben musst. Nein, du hast den wirklich in die Kiste gelegt. In der Kiste liegt er drinnen, ganz unten unter Waffen, Todesatem. Und dann hast du die Pfeile nämlich auch abgelegt. Richtig, die Pfeile sind auch alle drinnen. 243 Pfeile, die musst du dir noch rausnehmen. Am besten oben auf, wenn du in der Kiste bist, hast du oben so ein Button. Und dann drückst du auf Waffen, nimmst dir erstmal den Bogen und dann auf Munition und nimmst dir die 200 Schuss da. Du musst den Todesatem ganz unten, der letzte Bogen. Der ist das Level 14. Den mitnehmen und dann noch die 240 Schuss Munition und dann hast du eigentlich genug. Dann musst du halt auch noch ein bisschen leveln bei dir. Wenn du bei dir aufs Menü gehst, wenn du jetzt aus der Kiste draußen bist, hast du ja den Rucksack. Und neben dem Rucksack ist da so ein Pfeil nach oben. Da musst du mal drauf gehen und dann auf Waffen. Und da kannst du dir den Bogen noch craften, dass du halt hier Bogen Schussexperte habe ich auf Level 2. Du solltest auch mal sehen, dass du das Ding auf Level 3 kriegst. Ich habe ihn jetzt auch auf Level 3. Armbrust habe ich. Wenn du jetzt im Menü bist, hast du oben, hast du doch so ein Buch, Rucksack und einen Pfeil nach oben. Geh mal auf den Pfeil nach oben und dann gehst du auf den Button, auf den zweiten Waffen. Wenn du jetzt, du hast doch, mach das Menü auf. Mach mal dein Menü auf, dein ganz normales Menü mit Kreis. Dann nehmen wir den Tag. Und jetzt drückst du R1. L1, L1. Oder L1 ist egal, R1 oder L1. Jetzt bist du bei Fertigkeiten. Und jetzt drück aber oben erstmal auf Waffen am Ende. Da oben ist noch neben da Waffen. Also nur Waffen auswählen. Und da machst du jetzt Bogenschussexperte. Und da knüppelst du deine ganze XP erstmal rein und drück den Bogenschussexperte hoch. Dann hat der Bogen auch Sinn. Ansonsten bringt dir der Bogen nämlich auch nichts. Ja, das ist doch schon mal ordentlich, Armanda. Dann hast du nur noch ein Level. Mehr kannst du dann eh nicht, Armanda, weil unser Camp ist noch nicht so hoch. Aber dann machst du schon ordentlich Schaden. So, ich gucke jetzt weiter nach Fallen. Wo sind Fallen. Super. Oh, ich glaube entweder Essen oder Durst. Ja. Ja, Essen und Trinken nie ablegen. Wenn du an die Kiste gehst. Essen und Trinken, das ist unwichtig. Warte mal ganz kurz. Wenn du jetzt an der Kiste bist und hast die Kiste geöffnet und siehst jetzt das Kisteninventar und dein Inventar. Dann tust du bei deinem Inventar Dreieck drücken, den Filter da oben, bis du auf diesen dreimal Punkt bist. Die drei Punkte. Und dann drückst du erst alles abschmeißen. Weil dann tut er nämlich nur die Ressourcen abschmeißen. Aber nicht dein Essen, deine Munition, deine Waffen, deine Rüstung. Immer nur dieses Anderes in die Kiste schmeißen. Das Andere behältst du für dich. Ja, das ist das Zeug, was unwichtig ist. Ich gebe dir, ich gebe dir Essen und Trinken. Moment, ich bin schon dabei. Ne, brauchst du nicht. Der Weg ist kurz. So, trinken hast du schon mal. Und dann gebe ich dir mal noch was zu futtern. Ne, das ist unten in der Leiste, kannst du jetzt auswählen. Wasser habe ich dir immer noch gegeben. Bärensaft gebe ich dir auch immer noch. Ich habe so viel Zeug. Ich denke mal, du solltest jetzt auch mal ein bisschen ausgerüstet sein, dass du nicht abnippelst vor Hunger. Aber bei mir ist das Standard. Ich bin auch schon wieder im Verdorsten. Also drauf geschissen. Gehör dazu. Na normalerweise musst du, die Drohne muss unter Ausrüstung sein. Dann musst du auf Ausrüstung, in dein Inventar auf Ausrüstung. Und da muss die Drohne normalerweise sein. Taktische Drohne. Ne, du musst unter Ausrüstung. Und wenn da die Drohne nicht ist, dann hast du die in eine Kiste gelegt. In deine Privatkiste oder so. Die Privatkiste ist immer da unten im Loch, wenn du absteigst. Das ist diese große Piste, die unten steht. Das ist nur für dich. Da kann kein anderer ran. Ja. Ups. Ne, ne, ne. Hier oben müssen wir ran. Der Ausgang ist immer hier oben. Da unten in die Richtung geht's, wenn du fahren willst. Holz oder so. Und hier ist dieser Junge direkt bei unserer Base. Kann ich dir auch geben. Kommen wir es mal runter, dann gebe ich dir Verbände. Ich trage immer noch 10 Mistgabeln mit mir rum. Das kann so nicht sein. Willst du die Lichten ablegen? Ja, wäre mir schlecht, ne. Kollege, wo bleibst denn du? Hier bin ich. Ich bin gerade mal wieder hochgekommen. Wo er nicht ist, ey. Da ist er. Kommt, komm. Wie kompliziert ist das Spiel nicht. Ja, deine Ausdauer. Du bist zu schwer beladen. Ja, das kann auch sein, ne. Hast du einen Rucksack auf? Wenn der Trend ist, der immer zu schwer beladen. Der hat gar keinen Rucksack auf. Der läuft ohne Rucksack rum. Hier ist deine Privatkiste. Digga. Ah, kein Wunder. Ah, okay. Okay, alles klar. Aber das ist deine Privatkiste. Da kann kein anderer ran. Und, und, und. Ja, da könnte die Drohne sein. Ja, dann hast du es eventuell immer irgendwo abgelegt, wo du es hättest nicht ablegen sollen. Ich habe schon alles abgegrast. Alles in meinen Taschen. Hier hinten liegt überall Zeug. Aber jetzt nicht mehr. Ja, alles weg. Alles weg. Ich habe alles eingepackt. Geht ja, geht ja eh alles in. Ach so, komm her, komm her. Du musst ja nicht her. Aber geh mal nicht in eine Mission. Warte, ich gebe dir Medizin. Was gebe ich dir denn? Ähm. So. Hast du auch unten in deinem Baum am Ende. Also auswählen, bandagen und dann L1 festhalten. Also das gleiche Prinzip. So, jetzt muss ich selber selber essen und trinken. Ich bin nämlich auch hier am Abkotzen. Ich möchte kurz eine rauchen und dann auf jeden Fall mischen. was ist das denn? Was ist das denn? Wie geil. Ach, ich habe schon in der Arbeit spruchlos gelassen. Die Flüchtlinge sollen für mich arbeiten gehen und ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause. Ja. Kann das sein, dass wir wieder ein neues Ausrufezeichen haben? Weil da kam auch vorhin eine Meldung. Warte. Ich glaube schon, der Stern. Da in der Ecke. Auf der Karte. Der ist schon die ganze Zeit. Ja, da habe ich vorhin Meldung bekommen, wo du kacken warst. Da kam die Meldung. Dann hast du den zweigeschaltet erst. Ja, ja, genau. Der ist auch frisch freigeschaltet. Da könnte man ja da dann mal vorbeischnuppern. Gut, ich bin mal rauchen. Bis gleich. Aber ich werde schon mal da runter reisen. In den richtigen Bunker. Bin ja mal neugierig, wenn es was Neues gibt. Hehehe. Wir nehmen den da. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, das ist ja auch so. Vielen Dank. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Ich kümmer mich erst mal auf Stufe 15. Ich kümmer mich erst mal nur um die Basis, um die Gebäude hochzukriegen. Ich kümmer mich erst mal auf Stufe 15. Ja, drei Gebäude sind schon mal auf Stufe 15. Doch, meine Hand ist nur eingegipst. Meine Hand hat Gips. Ich dachte, meine Handnetze sehr bewegt und die Rechte. Ja, treffe runtergeflogen. Ja, treffe runtergeflogen. Geputzt und die Treppe runtergeflogen. Weil das so eine Scheiß-Wende, weil das so eine Scheiß-Wendekrette ist. und das tut weh ja ich will jetzt in den mission rein der kollege ist direkt abgehauen will nichts mit uns zu tun haben achso wir müssen wir müssen hoch ich will zu den neuen missions ich denke der gauner der macht das jetzt wieder alleine der redet wieder nicht mit uns er macht wieder alleintour wie basis achso ich dachte du wärst den mission ok der hat wieder gut geklappt hier kollege bist du bei einer nähe oder ich bin auch gleich wieder unten im bunker kannst du warten auf mich bin grad gestorben wir haben hier wieder eine lücke jetzt mache ich das ding hier dicht jetzt reicht's hammer fehlt hier ein zaunteil normalerweise können sie nicht mal reinkommen da fehlt ein zaunteil ist komplett weg ach schon wieder das zaunteil auf der ecke am ende ich setze es wieder rein da wo der turm ist ja ja scheiß pelikan ich muss gerade die mauer die schmuckung von ins haus rein scheiß ecke hier mit dem zaun ganz ehrlich ich denke das passt jetzt so so ich werde den gleich mal noch auf ich habe ihn hoch gepusht auch wieder also ist wieder eine ganz da die ecke da müssen wir mal auge drauf halten ich bin der meinung wir müssen es komplett dicht machen da am ende das ganze stück da mit 3 zollen und gutes so kollege ich komme ich komme ich komme wo bist du der ist da unten so ich bin jetzt im bunker 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 machst du ein menü auf gehst du auf die gitarre und dann rechts auf diese linien die drei linien da da klickst du dann drauf und gibst auf diese zwei hände klicken dann habe ich sie ja das müsste unter ausrüstung achso da muss ich das nochmal so neu aufmachen gitarre 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 wo ist er der kollege kann sie eigentlich nicht haben ich habe auch keine ahnung wo die ist ehrlich gesagt ich habe sie ich habe sie im verstimmten ach eine verstimmte gitarre ich suche die voodoo gitarre ist egal aber ich danke trotzdem komm ne nicht sorry kann man auch als waffe nehmen hab ich gesagt komm mit wir müssen zu den missionstypen ein bisschen hoch ne ich will zu den neuen missionen hoch aus dem loch raus hä ich sehe dich gar nicht wo bist denn du ausgestiegen ey geh mal wieder in den bunker und komm zu mir geh mal wieder in den bunker und mach schnellreise runter zu mir komm mit jetzt komm mit jetzt so in dem bunker so jetzt hier die auswahltaste drücken ja genau und dann runter zu dem bunker linke seite wo der stern ist und das ausrufezeichen in dem bunker treffen wir uns gut gut komm mit naja das geht bei mir schnell sehr schön warte mal wir sind vorbeigelaufen hier muss das sein hier ist der weg hier muss so ein feldlager sein gut gut dann ich nehme die mission an und du joinst hinterher du drückst jetzt gleich den pfeil nach oben und zwar eigentlich kannst du jetzt schon drücken und dann beitreten und halten uns ein bisschen zurück ich habe 20 stufe gemacht müssen nur ein bisschen aufpassen halt nicht so rein waschen in die zombie horten da ist die drohne die drohne ist immer früher da gut guck mal was es zu gucken gibt vorsicht ich nehme auch erstmal meinen bogen ich habe keine pfeile scheiße kannst du mir 100 pfeile abgeben du hast doch 250 einfach anklicken übergeben übergeben und dann geht so ein fenster auf und dann kannst du die ausüben und da gibst du mir ungefähr 50% und dann passt das ja ich danke dir sowie jetzt können wir kämpfen wollen wir gleich mal hier ins haus alles mitnehmen oh ja gut äh 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 ich mach auf ich mach auf ja ja tut einfach anklicken und zack vorsicht 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 da steht einer äh ich hab ihn ja hier draußen draußen liegt noch was hast du gesehen hier in dem kleinen gang müssen wir dann nochmal oder kommt man hier aus dem fenster nee schade müssen wir außen rum irgendwie da muss es einen weg geben nee ja man muss wieder so raus wie man gekommen ist ja ja wir warten schon auf uns hier 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 ich hab's aufgehoben habe ich es aber hier in das haus muss man ja auch noch irgendwie kommen kann man auch mit nahkampfwaffen aufschlagen die türen das geht auch ich hab auch gerade was hier zack zack äh wieder knacken und ja wieder nichts drinne ja das ist noch ein witz mit den scheiße häusern knackst du die tür und nichts drinne ey scheiß runner ja da kann ich auch mit bis gleich schatz ich spiel mit der armbrust weiter aus sterbe ich glaub ich hab nicht angeschossen aus Versehen ja gut gehen wir erstmal in die richtung ich würd sagen nicht nur einer Vorsicht oh das geht nicht ich hatte meine Armbrustpfeile aufgehoben naja hier in das haus geh ich mal ja das Ehebett steht auch schon da es Geld deeper ja 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 mal Mach den mal weg und dann kannst du mich aufhören, nehm ich doch mit der Fallenbogen. So, ja ich muss mich jetzt mal auch heilen. Hier sind alle Türen verschlossen, das gibt es aber nicht. Also auf die Toiletten gehe ich nicht mehr, jetzt reicht es aber, da ist ja nie was drin. Das wäre es natürlich. Hier muss man wirklich alles aufschließen, krass. Alles zugedonnert her. Ja, jetzt voll das Labyrinth hier, was die da gemacht haben. Oh, Sackgasse, zurück. Uh, jetzt kommt die auch schon. Wow, 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 wow. Ich bin durchs Fenster abgehauen. Hahaha So, ja, gut Ich hab die Tür zugemacht, ne? War ja schon nicht lieb Warte mal, hier ist irgendein Zeichen, ne? Wir müssen hier rein, hat er gesagt. Komm mit, ins Haus Wo ist die Hölle los hier? Na, es gibt auch eine Tür, man muss ja gar nicht durch dieses Fenster Ach, du kannst das Ding rumschieben, dann kannst du das an irgendein Fenster schieben, wo man nicht reinkommt, scheinbar Das ist gut Ja, ich seh's Ja, warte mal, wie weit, wie, 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 wie weit kann man das Ding schieben? Äh, ich will da nicht hoch, ich will schieben Boah, das ist ja geil, Alter, komm, ne mal mit, ich also meine Frau mal bestimmt irgendwo Ey, ich versuche mal den Zombie zu quetschen Und geht das? Ne, geht nicht, äh, bewegt sich nicht mehr Komm, hier, fall runter, guck mal, da stand in der Luft Hahaha Pass auf Oh, dieses Ding kann man sogar drehen, wie es aussieht, oder? Ähm, warte mal, ich hab das Wie hab ich denn das gemacht? Alter, geile Scheiße, ey Ja gut, lassen wir uns mal den Container hier stehen, den brauchen wir auf jeden Fall irgendwo Bin ich mir sicher Gehen wir uns mal hier rein Oh, da ist schon Besuch drin Ich glaub ich hab dich getroffen Ich glaub ich hab dich getroffen Ja Ja, einfach schließen Schließen Mit X Ja, ich mach dir auf Hahaha Ja, müssen wir uns mal gucken, wo wir den brauchen Den guten Container Ja, ich hab mich jetzt mal Es läuft bei dir Hahaha Ich hab mal hier, ich hab mal Hier hinten... Achso, da waren wir schon. Was macht er denn da oben? Mit Dreieck. Brauchst du nicht. Habst du schon. Du lockst halt jetzt alle an. Alles was unten unterwegs ist. Das ist ein Typ. Oh, hier gibt es Spaß. Da habe ich doch schon. Ist doch schon grün. Mission ist schon fertig. Brauchen wir jetzt nur noch alles aufheben, was rumliegt. Oh, hier ist noch eine geile Zombieherde. EPs. Ja, hier sind noch Zombies ohne Ende. Und in Elgarw mit einer offenen Luge oder Ladefläche. Da finde ich vielleicht was drin sein, was nett ist. Achso, das ist cool. Ich schlafte die hier, wenn er guckt. Warum nicht? Und, war was drinne? Gut, dann bleibst du da drinne. Jetzt ist es richtig. Jetzt sollten wir auf die Karte gucken. Da unten waren wir noch gar nicht. Ja, da ist noch ein Bereich, wo wir nicht waren. Am Anfang. Da unten sind wir noch gar nicht drinne. Und, das ist ja mal großartig. Und, das ist schon mal großartig. Und, um, das ist schon mal großartig. ja dann müssen wir unser camp level auch noch höher drücken und dann wird es halt immer schwieriger ja da hat er noch muss erst mal dein level hochbringen auf unsere level und alle fähigkeiten lernen bist du schon raus ja ich komme gleich ich mache noch einen rest fertig hier sind noch häuser und rollo stoffe aber ich bin jetzt glaube ich auch durch hat man gucken ja fertig ich komme auch raus ja ich werde auch jetzt direkt die nächste mission bei dem typ machen wenn ich da schon einmal bin bei dem zum lager bis ich überladen bin und dann zurück zum lager weil diese fallen interessieren mich halt noch aber ich vermute fast dass man die fallen über die vielleicht über die base bauen muss um tiere zu fangen da muss ich mich noch mit auseinandersetzen so ich nehme die mission an und weit so leicht wollen wir auch wieder auf 20 ja kriegt man mehr erfahrungspunkte halt ne leveln wir schneller finde ich immer gut nach oben drücken passt auf die verdammte kriecher auf ja wenn ich mal welche sehe was ich auch bis jetzt nur eine einsturm gesungen weil die sind sau schnell zu übersehen da ist er naja ich fange hier hinten in der ecke an und dann wieder einmal rum gucken was abgeht also wie sind das jetzt wie lange geht denn das hier alter was ist das für eine riesen map ja da oben stehen schon besucher oh das ist ein peligandes auf Ja, lass es reinkommen, komm. Bis die drinnen sind, bin ich schon wieder oben aus dem Fenster gesprungen. Oha, jetzt wird er wahr. Ich bin hochgelaufen. Ich bin im gleichen Gebäude wie du, nur oben. Ja, ja, ist schön warm. Also, ist gemütlich. Ja, ich sag ja, dann wär's hochraschen und dann runter springen. Zack, wenn er ungut ist. Den Stress gebe ich mir gar nicht. Ey, Alter, du sollst nicht immer mich erschießen. Anton. Peerlich genug. Ähm, Leute, grad mal zur Info. Ich musste grad da eine, ein Bär töten. Ja, ja, das ist... Nein, ich hab hier grad ein Bär getötert. In der Mission. Das war jetzt wieder Typisch Endrohr, meine ich. Ja, ja. Nee, 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 vergiss es. Da komm ich nicht ran. Ja, aber du kannst dich, du kommst, du kommst wieder auswählen. Dann kommst du wieder rein. Du kannst weitermachen. Ich räum die doch gerade auf. Einer kommt aber direkt zu dir gerannt. Warum, warum? Der mag dich. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Ich nehme die Wasserflasche hier noch mit. Ich bin auch im nächsten Haus oben. Ich bin schon im nächsten Haus. Ich gehe mal über die... Übers Geländer drü... Äh, hier ist noch Putzstoff. Warum, warum ist das? Ich gehe mal über die Wasserflasche. Ich bin auch im nächsten Haus. Kriegt aber der Klobgrin da drüben. Nee. Der kriegt dem wieder eine Klobgrin. Man hört es richtig. Ich will nicht mehr die Zombie-Horde hervor. Ich mach die Zombie-Horde, wo du down gegangen bist. Jetzt rennt er bitte mal rein. Ich mach die Zombie-Horde. Oh, Alter, wie geil. Ich hab so... Das grinsen bis zu den Ohren, ey. Aber das tut schon weh, ey. Boah, hier ist Stoff ohne Ende, ey. Was will der mit Spitzhacken? Dafür hat man eine Machete und so. Ja, ich hab den mal aufgemacht. Ja, ich hab das schon hochgelevelt. Das Schlossknacken. Boah, Babygarn. Dreck wie. Bandage nehmen. Muss ich aber auch. Muss ich auch mal. So, ich muss jetzt mal Bandage nehmen. So, ich muss jetzt mal Bandage nehmen. Okay. Oh Gott, 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 Gott! Ich komme gleich noch. alles mitnehmen hier ist ein steigbügel neben den steigbügel mit genau da kannst du den wahren post bauen ich kann dir die aufbauen natur du hast mitgenommen ich guck noch mal hier liegt überall noch zeug und zombies und hier waren noch nicht in der straße vorsicht besuch ja alles abgelotet so gucken was gibt es jetzt ich kann mich noch gut bewegen munition habe ich auch noch genug so da musst du mal dein level jetzt auch mal deine ep punkte mal ein bisschen verteilen also und auch dein hauptlevel mal hoch drücken gehst du auf inventar und dann auf dein inventar oh hier alter hier liegt holz rum das ist ja nicht normal das ist ja wahnsinn noch mehr holz hier hey alter wollt ihr mich verarschen wo kommt das ganze holz her hier gehe ich jetzt immer holz fahren am ende drückt dein inventar auf kreis und dann drückst du oben l1 auf dieses männlein allgemeine infos und ich kümmere mich mal um den zombie und jetzt einfach drücken drückt einfach mal rein was maximal charakterlevel ist 15 naja er hat doch höchstwahrscheinlich sein level nicht in unserem camp so hoch gedrückt da man da natürlich hat er das level dann trotzdem auch wenn er bei uns im camp ist gut sagt er dann sind die tiere zu stadt für ihn dann müssen sie schlechter sein dann warum ich ja ich habe es mir angeguckt stimmt hat recht so dann gehe jetzt mal bitte immer wieder in dein menü und daneben mit dem teil nach oben und da machen wir ein bisschen und tut eine ep punkte verteilen mache ich nämlich auch gerade ja da wo du es halt haben willst schneller rennen weniger heilung weniger nahrung und besser waffen alles alles am besten wie gesagt auf die dauer gesehen brauchst du ja alles ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen nein nein fernkampf fernkampf das ist alles was mit schlagen zu tun hat nachkampf da du brauchst alles letztendlich du brauchst alles sowieso wenn du fertig bist kannst du mir dann nachschauen ich bin schon reingehüttelt das ist alles Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Nach oben drücken. Pfeiltaste hoch. Macht man eigentlich immer so und nicht über die Party. Das ist ja Quatsch. Was ist das? 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 Liebe Sie sich! Die Macht weitimusen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dafür brauchen wir den Container, um über den Zaun zu kommen Quitscht sogar Na, ich seh's grad, ey Hör auf, dann geht's nicht Geh weg jetzt, sonst bewegt er sich nicht, wenn du dich dran stellst Kannst du mit L2? Das macht er alles automatisch Hör auf, dann geht's Hör auf, dann geht's Hör auf, dann geht's Hör auf, dann geht's Hast du deinen Dietrich jetzt, wenn ich dich ein bisschen hochgepusht, dass du Türen knacken kannst? Ich bin ein bisschen hochgepuszt, aber ich bin ein bisschen hochgepuszt, dass du Türen schlägst. Ja, da drüben bin ich durch. Ja, beim PvP-Spiel würde ich die Türen zumachen, am Ende, dass das keiner merkt, dass da jemand lang gelaufen ist, aber hier muss ich, da verlaufe ich mich andauernd und gehe 10.000 in den Haus rein, wenn ich sie mich offen lasse. Dann musst du das mal hochpushen, das Schlossgeknackerei. Es ist auch echt wichtig, diese ganzen Dinger da hochzudrücken. Oder nimm dir einfach eine Nahkampfwaffe mit, du musst das auch nicht leveln, du kannst auch mit Nahkampfwaffen einfach draufschlagen, aber dann kannst du die Türen auch kaputt machen. Wenn es nicht irgendwelche Sicherheitstüren sind, wohlgemerkt, sowas gibt es auch. Doch, eine Krücke, da lag eine Krücke am Boden. Ne, die habe ich für dich mitgenommen. Oh, Backsteine. Hier sind noch Zombos. Ja, weil ich vorher schon drauf geschossen habe. Ja, ist klar. Sackgasse. Ja, natürlich. Ja, wir sind noch fertig. Da wollte er mich da bissl. Ne, 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 ne. Ich kuschle alleine. Wie scheiße, ich stand alleine da. Ah, wie geil. Hier gibt es wieder Holz. Oh nein. Holzparty. So, ich gehe direkt in die nächste. Habe ich schon eingesammelt. Du kommst wieder zu spät. So, ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger als 20 jetzt. Eben war es 15. Ich bin auch schon wieder überladen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozent. Am verdorsten, am verhungern. Ja, ein voller Programm, ey. Ja. Erstmal ein bisschen hier Nahrung und machen und tun. So, was zu trinken. Und noch. Ey, ich habe auch Bonbons gefunden. Drei Stück. Wie viele hast du? Ja, ja, ja. Ich habe mir ganze Tüte. Hahaha. Ja, ich habe auch drei. Ja, hier ist dieser Kriecher, wo er uns gewarnt hat. Gucken wir mal, die haben keine Beine mehr. Hahaha. Wie geil. Die über, wenn wir im hohen Gras sind, über sieht man so schnell. Ja, hier ist das Gras ganz hoch. Also es ist übel, wie hoch das hier ist. Hahaha. Asphaltgras. Hahaha. Hehehehehe. Hahaha. Hehehe. Haha. Hahaha. 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 Ah, wie geil. Der Dschungel, der Dschungel, oh cool, kann man die melden, ja, cool, kann man auch schlachten, oder ne, auf Fleisch von, ne, so hier, ich geh hoch, ne, geh mal oben gucken, was es zu gucken gibt, oh, hier gibt's was geiles, oh, oh, der kommt wieder schon angerannt, du musst da oben bleiben, bleib da oben, wir müssen da oben lang, ey, der ist mir auf den Kopf gesprungen, ich hab ne Beule, oh, was gibt's denn hier, warte mal, was hab ich denn hier, oh, ich hab Schrauben gefunden, in den Müllsack, cool, ey, die Müllsäcke muss man ja auch kontrollieren, dann halt sie schön fest, ja, 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 du kriegst ja nicht mehr aufgeschlossen, ja, 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 hinter, hinter mir, ne, ich merke ne Kiste hier drin, in der Zeit, ich hab schon wieder Bonbons gefunden, ne, ich bin auch nicht rübergekommen, an der Stelle kommst du nicht rüber, die müssen gleich hoch sein, ne, ich liege, du musst mich mal aufheben, hält mich mal auf, ich gehe, du ne Kacke, wo bist du denn, vier Stück, stellst mich rein, bei mir ist auch noch einer, der haut uns die ganze Zeit, du schießt mich eh jetzt wieder, das, das war knapp, das ist gemein, ich bin auch auf dem Bus, ey, du hast ja eine Wasserplatte stehen, also, die Kräser, ich, was ist das denn, so, macht schon aus meinem bus habe ich besetzt wir müssen eh hier lang ich liebe es Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Frau kommt. 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 Jetzt wird auch die Hälfte abgegeben. Meine Frau kommt. Meine Frau kommt. Ich muss. 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 Ein Schokoriegel brauchen wir nur noch dann haben wir es. Es war egal wo wir den Schokoriegel herkriegen. Hauptsache wir kriegen dann den. auch nur auf drei glaube ich hatte ich guck mal also fingerfertigkeit 3 und auch die andere habe ich alle da hochgelevelt aber für fingerfertigkeit halt level 3 reicht eigentlich um zu knacken naja nee schokoriegel brauchen wir brauchen wir nicht wir sind schon weg da lag was holzbretter das ist doch jetzt scheiße wenn wir die mission jetzt nicht abschließen können gegen einen schokoriegel das darf so keiner erzählen wie lächerlich ist das zum detail ein beschissener schokoriegel die weg des die weg des Ja, dann hat eins von den Monstern Schokoriegel gehabt, scheinbar. Gut, erstmal ins Lager. Warum? Ist eure Mission dort geklebt. Stopping King ist der Siedlung beigetreten. Darf ich mal was sagen, alle Gebäude sind auf 15. Cool. Pass auf, da sind Nachtläufer. Komm muss man in die Base, komm jetzt hier runter, komm. Lass den Nachtläufer. Da runter. So, und jetzt noch mal in die Base, oben, da wo der Kollege ist. Hier hoch an die Kiste. Komm muss man in die Kiste, mach die Kiste auf. Nein. Hast du jetzt alle beiden Menüs vor dir. Und jetzt tust du auf der rechten Seite den Filter, also Dreieck so lange drücken, bis du auf den drei Punkten oben bist. Da wo anderes steht. Hast du? Und jetzt drüben den Pfeil drücken, alles was das ist in die Kiste. Und das war's. Jetzt hast du die wichtigen Sachen, hast du am Mann und den ganzen Plunter, den wir gesammelt haben, bist du los. Ja, krieg mal hin, ich mach schnell Pfeile. So, ein Menü, Munition. So, du müsstest jetzt fast, du müsstest jetzt 300 Schuss haben. Da kam es knapp. Reicht was mal, oder? Da ist, ich hab auch nochmal Holz in die Kiste geschmissen, einiges, ne? Ich mein eigentlich den Kollegen. Ah. 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 Ich bin noch und keiner mischen. Klingeln so nach der miche muss ich das mal anruf machen aber hier gibt es jetzt stahlkreis sägen also die 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 sägeblätter ich weiß nicht für was man die brauchen aber ich denke wir brauchen nahkampfwaffen vielleicht oder so dunkler lot ja wie sieht man mal den nächsten tor im fall machen geht nicht dafür muss die basis auf 20 sein ja das wäre meine nächste frage gewesen ob man dann gibt es mal als nächstes machen wollen wir wissen ja nicht gleich fünf level machen das haben wir stück für stück jetzt schon auf 18 hochgepappt dann sagt das doch dann kann ich nämlich nachziehen mit dem level was gute sache und muss immer bescheid ja dann habe ich mich jetzt mal hochgepusht level 18 wunderbar denkt dran dass du ja dein level ist das um stärker sind die gegner weiter fängt nicht am stupe ab das hängt an deinem leben ab und 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 Oh 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 Ich habe noch ein paar einstecken Ja sekundär und einsammeln Aber hier gibt es ja nicht so viel zum einsammeln glaube ich Ja ich war noch in kein einzigsten Haus drin, da sind überall Häuser Ja 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 Was trägst denn du hier für alles mit? Ich lasse euch mal alleine Ja Nein ich habe den Kollegen gemeint Ich habe sie mit dem Zombie und dem Hund im Zimmer eingesperrt Ja er hat es ja gut hingekriegt Ja 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 Spannend Schatz Nein Sekundär Hammer ja. Ich sammel wie gesagt noch alles ein Das ist schade um die ganzen Hausstache Überall ist das Zeug noch. Finsalabim Du darfst nur Toiletten hacken. Oder er kann nicht knacken, weil der keinen Schraubenschlüssel hat. Genau, das wird es sein. Du hast keinen Schraubenschlüssel. Geh mal auf Ausrüstung, guck mal, ob du einen Schraubenschlüssel hast. Weil wenn nicht, gebe ich dir einen. Ich habe nämlich bestimmt wieder ein paar mehr dabei. Ja, man findet so jetzt auf einmal wie Sand am Meer, ey. Ja, ich gebe dir einen. Ich habe fünf Stück. Siehste, kein Wunder, warum der nicht knacken kann. Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel? Schraubenzieher. Okay, den habe ich mir gegeben. Jetzt müsstest du alles knacken können. So, ich guck mal auf der Karte. Ja, ja, habe ich noch dabei. Kann ich da auch noch welche geben. Ja, ja. Ich muss mich nur noch mal in Sicherheit bringen. Er muss auch mal lernen, die Verbände selber herzustellen. Äh. So, Verbände wolltest du. Du hast du. Ja, ich denke, wir sind Dorsch im Einkaufszentrum. War man da schon? Natürlich nicht. Oh, Alter, was es hier nicht gibt. Das ganze Einkaufszentrum ist voll. Startermotor, alles. Fressen ohne Ende. Oh, hier liegt auch. Sogar unten. Oh, ein Autoreifen habe ich noch. Irgendwie schnappe ich dir alles vorname. Hier mit unser Autoreifen, ne? Ja, wir bauen uns ein Auto da drauf. So viele Motoren und Räder, wie wir jetzt haben. Mal deine Ausdauer. Musst du kurz aufladen lassen, dann kannst du wieder runterladen. Gut. Ab in die Base. Ich kann mich wieder mal nicht bewegen. Full. Ist ja bei dir nichts Neues. Ja, ich brauche unbedingt einen größeren Rucksack, Alter. Das ist einfach zu wenig. Jetzt haben wir mit der Zeit. Na komm, ich lasse mich raus. Was soll denn das? Ich muss in die Bs, ich kann mich wieder nicht bewegen. Wo ist denn meine Maus? Ich sehe die Maus nicht. Ja, ganz, ganz oben, ganz, ganz oben, richtig. Ich sehe die Maus nicht. Was sind denn diese scheiße Rucksäcke? Ich sehe die Module. Oder? Ne, Module nicht. Anderes. Anderes in Rucksäcke. Nur ein Rucksack gibt es hier. Das gibt es doch nicht. Warum können wir keine größeren Rucksäcke bauen? Ich verstehe das nicht. Kann man die Rucksäcke upgraden? Gucken. Ne, kann man nicht. Schönen. Gut, gucken wir mal, ob es hier schon wieder neue Waffen gibt. Oh, es gibt eine neue Armbrust, eine 18er. Ja. Das ist gut. Die besitze ich schon. Habe ich mir gedacht. Schilddurchdringer brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchst du aber auch Pfeile. Armbrustpfeile. So, warte mal. Ich muss jetzt mal ins Menü. Waffen. Und ich muss unbedingt mal hier meine 10 Mistgapeln ablegen. Die ich ja immer noch mit mir rumschleppe. Du attragst dich ja immer noch mit rum. Naja. Du liebst deine Mistgapeln, ne? Richtig. So, ich habe dir mal die Armbrust gegeben und Armbrustbolzen. Jetzt muss ich mir mal noch ein paar Bolzen machen. So, ich habe dir mal noch ein paar Bolzen gegeben. Das hast du auf jeden Fall über 100. So, jetzt müssen wir mal gucken, essen. Wolltest du nach Telefonieren gehen? Mhm, mache ich gleich. Nicht so wie gestern. Ja, ist gemein. Rauke. So, nochmal ein bisschen Medizin. Medi-Kids kann man auch schon herstellen, aber wir fehlen uns noch Ressourcen. Ohne Ende. Ohne Ende. Ich bin aus dem anderen Mögel. Dann mit einem Schalte. Ich bin aus dem Schalte, dass ich hier mal dabei bin. So, ich bin aus dem Schalte. So, ich gehe nicht ganz schnell lasst. So, ich gehe nicht ganz eng und da. So, ich bin aus dem Schalte. Ich gehe nicht mit mir über uns. So, ich gehe nicht mit mir hin. Gut, ich muss mal in die Privatkiste noch Zeug ablegen, dann gehe ich erstmal rauchen, anrufen, Frau missbrauchen. Du kannst ja auch immer bei dem Kollegen in Mission rein, der ist auch die ganze Zeit auf Mission machen. Was bringt das eigentlich, seine eigene Kiste, also die Privatkiste zu upgraden? Mehr Plätze oder was? Weil das steht noch. Ah, okay. So, was brauchen wir? Eine Pursaune gefunden. Läuft bei dir. Ich habe die Milzkabeln immer noch bei mir, jetzt reicht es aber. Ich komme gleich nochmal zurück. Das gibt es doch nicht. Du mit deinem Mistkabel. Sag doch gleich, du willst einfach nicht hergeben. Ja, ja, ist klar, ne? Wenn wir die wenigstens modifizieren können, dann könnte da draußen so eine richtig krasse Nahkampfwaffe machen, das ist ja geil. Oh, die toller Holz. Holz, Holz, Holz. Wir haben drei Zuschauer. Wunderbar. Alle gucken sie uns zu. Oh, mir. So. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte die Mistkabel ablegen. Weg damit. Du kannst dir gerne eine rausnehmen, da liegen zehn Stück drin. Kann man die werfen, ne? Ich muss mir so eine Zuckerstange bauen hier als... Jetzt muss ich mal rausfinden, wo ich diese Voodoo-Gitarre herkriege. Und wenn ich draufgehe, wird nichts gesagt, wo man die bekommt. Siehste? Ne, du musst sie erst finden. Scheiße, wie finden? Da, Stahldraht bei der Kaffeetasse bei den Quests. Und da kann ich mir eine Nahkampfwaffe machen mit Level 17, das wäre ja schon mal was. Die hat auch mehr Bums als die andere, als diese Gitarre. Also mache ich Mission mit der Kaffeetasse. Auf der Kaffeetasse. Ich habe auf jeden Fall meinen Stream so eingestellt, dass der... Oh ja, wir lassen ihn einfach mal labern. Schön zuhören, was er zu sagen hat. Wir müssen zur Kaffeetasse. Es nimmt kein Ende mit der Mission, ey. Zu viele. Viel zu viele. Wo ist die Kaffeetasse? Da. Machen wir nicht so einen Terror im Hintergrund. Pussy. Elende. So Striche. Äh, das wird nichts. Komm. Zeit ist wieder wegkommen. So, was haben wir denn hier? Kopf hoch. Egal, jetzt nehmen wir halt die Tasche. So, was nehmen wir denn? Höheres Level auf jeden Fall. 23. Cool. Oh, du hast das Gebiet verlassen. Tu mal deinen Mikro muten, wenn du dir deine Eierkuchen oder was auch immer da im Hintergrund machst. Das ist ja ätzend. Ah, ich stopp mit gerade einer. Ne, ne, der Kollege. Okay. Wer hat sich jetzt auch gerade genodet? Er hat sich angesprochen gefühlt. Hehehehe. Hehehehe. Ne, weil im Stream, ähm, ähm, also ... ... eingestellt, dass Party übertragen wird im Stream. Also, dass alles, was ihr an Bullshit abgebt, hören die Leute. gut, ne? Jetzt sagt er nichts mehr. Oh, oh. Hunde. Hau ab! Da kommt's. Die ist jetzt auf 20. Kämpfstube 20. Eieiei. Ich wundere mich, warum hier so stark ist. Kein Wunder. Wieso? Die Gegner richten sich nach euer Level. Na, ich bin Level. Ich bin Level 18. Und du? Welches Level bist du im Moment? Ich 17. Okay. Ja, aber auch fast 18. Von daher, es ist ja bei dir auch nicht so stark. nicht viel leichter. Doch, ich hab wenigstens zum Bogen schon ab Level 18. Warte mal, welcher Bogen, welchen Bogen hab ich denn? Es ist schon ein 18er. Ne, ich hab noch den 15er Bogen und 18er Armbruch. Wo hast du denn jetzt schon wieder den 15er Bogen her? Äh, den 18er. Hab ich gar nicht gesehen. Die 18er Armbrust hab ich. Ja, die hab ich auch. Und du hast gesagt, nen Bogen, nen 18er. Ich dachte schon. Ne, hab ich gar nicht gesehen. Armbrust und Bogen ist ja was anderes, ne? Deswegen. Ja, wär cool, wenn wir die Waffen noch ein bisschen beschleunigen können. Stärkere Waffen bekommen. Ey, das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, scheiße. Der Kollege hat seinen Spaß. Ey, wie lange die 18er Armbrust braucht zum Anvisieren? Das ist doch nicht euer Ernst. Warte mal. Ich muss... Ich muss hier meine Armbrust upgraden. Das wird's nix. Wo ist denn die Scheiße? Armbrust, Armbrust, Armbrust. Kann ich nicht. Armbrust-Experte Level 3. Erst ab Level 20 kann ich die Armbrust wieder höher machen. Das ist doch so kurz. Das ist doch so kurz. Ein Holz. Ich hab aber wieder Zeuge in die Kiste gelegt, wo ich eben im Lager war. Ja, ich hab grad wieder Gebäude verbessert. Denk mal dran. Ja, dann ist es ja wieder alle, ne? Ja. Haben wir hier noch was? Ja, das kann man noch. Das war's wieder mit EP-Punkten. Alles weg. Oh, ein Bär rennt hinter mir her. Welche Mission machst du denn immer mit dem Bär? Hä? Ja. Achtung auf der offenen Karte, bei uns gibt's jetzt Bären. Ah, cool. Äh, doch, klar, hier, Wasserflaschen, alles. Oh, hier ist nix. Hahaha, ist der Typ, ey. Die Bude ist voll, ey. Auf dem Boden lag Übelführung. Ah, hier sind wir hier. Zack, tschüss. Ah, hier sind wir hier irgendwo. Hahaha, tschüss. Hey, ich wollte nicht da runter sprengen. Ach komm, ich geh hier drüben einfach rein, wo es gut ist. Oh, hier liegen Kleiderbügel. Kannst du die mitnehmen? Ich krieg sie nicht mehr hoch. Hier hinten in der Ecke. Ach ja, wie geil. Ein bisschen Spaß muss schon sein, oder? Mit der Helm immer noch an seinen kleinen Bär. Das gibt es ja nicht, wie lange brauchst du dafür. Nee, ich musste gerade gegen drei Stück kämpfen. Das ist gut. Alter, hier gibt es was zu saufen. Gastronomie hier. Alkohol ohne Hände. Das gibt's nix. Nix in so großes Haus und nix drin. Wahnsinn. Wir sollen irgendeinen suchen. Such den Versteck. So, Schmiede. 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 Ich bin jetzt auch jetzt auf 20. Äh, die Gießerei meine ich. Na, coole Sache. Na, das wäre eine Party. Na, ich schäfe mich doch auch. Wenn es zu weit ist. Ich habe die Munition geklaut. Nee, 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 nee. Ah, Kupferrohr können wir jetzt auch selber herstellen. Cool. Ob du studierischer, Elena. Ah, sagen wir jetzt, wo ich die Geldstücke, wir können die Geldstücke jetzt einschmelzen. Siehst du? Die Geldstücke, ich brauche mir für die Kupferrohr. Ich habe alles in die Kiste geschmissen. Was ich an Geld gefunden habe bis jetzt. Ich müsste ziemlich viel drinnen liegen. Rein in die gute Stube hier. Macht's so, dass es nicht zieht. Warte, warte. Warte, warte. Ähm. Was mache ich denn wieder? Ey! Boah, ich bin im Inventar und du schießt mich ab, Digger. Oh, okay. ich habe sogar ein feuerzeug so ich habe jetzt einen schraubenschlüssel gegeben hammer und schraubenzieher also wenn du die türen jetzt noch nicht auf kriegst das ist eigentlich alles werkzeug was so das wichtigste ist das ist auch wieder so eine stelle bleibt noch oben auf dem balkon wir müssen dann erst noch die karte kommen aber eigentlich mal die haben mich gleich getötet oder warte warte ich habe mich selber getötet ist okay war glaube ich eben fehler ich bin schon zu früh die terrasse runter gesprungen ja das ist wieder so eine stelle mit dem zauberhaus mit den zombies im laufrad das sieht echt aus müssen wir müssen hier erst alles fertig machen wir kommen dann später nicht mehr zurück ja aber hier gibt es nichts weiter ich bin gerade einmal rumgelaufen von daher können wir ruhig rüberspringen die 18 armbrust ist scheiße das ist zu langsam ich habe wieder keine bandage eingenommen ich vergesse und da müsste es gleich ein achievement bekommen so oft wie ich jetzt schon umgefallen bin du musst mal als Chiefman bekommen, wenn du mich 30 mal aufgehoben hast. Irgendwann kriegst du es. Einer ist gut. Nein. Mein Bogen braucht jetzt auch so ewig lange zum Anvisieren. Was ist denn das nur? Es ging vorher viel schneller. Doch, hier hinten ist die Tür und da sind ganz viele Hunde. Und auch Zombies. Lass die Tür zu! Du übertreibst nicht irgendwann, da sind alle beide am Arsch. Erstmal die Zombies wegmachen. Ja. Ja. Das war's. Das sind mehrere Hunde. Ich muss jetzt mal was essen und was trinken. Kleinen Moment. Wo sind meine Kaffeetassen alle hin, die ich mir gecraftet habe? Was soll denn das jetzt? In der Kiste gelangt. Scheiße. So, ich muss irgendwas anderes jetzt waffentechnisch. Sonst gucken wir jetzt hier auf die Presse. Ich hab die Karte passen. Ah ne weißer Tee ist das. Warum ist das nicht ausgerüstet? Und schnell ging irgendwie. Ich glaube ich hab einfach zu viel. Ja wir müssen das Werkzeug erst finden. Wir haben das noch nicht. Wir haben ja auch noch nicht alles durchsucht. Ich komm da nämlich auch nicht durch. Wir brauchen das Werkzeug um die Tür zu öffnen. Oh. So. Schau mal die an. Schlüssel vom Friedhof. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Hast du einen Schlüssel gefunden? Nein. Ah, versteckter Diebe habe ich gefunden. Ja, das ist ja die Mission. Da ist auch der Schlüssel. Ja, ich habe den. Das ist geil, wenn man weiß, wo das versteckt nämlich ist. Na, wieso ist hier jetzt keine mehr? Ja. So Leute, jetzt geht es los. Bleibt vorne an der Tür. Weg! Rückzug! Das schaffst du nicht, mein Freund. Da sind zu viele. Boah, was für Kinder hier. Ja, sie sollte da eine Tür warten. Ich wollte die alle pushen. Ja, ich habe mich vergessen. Du musst auch was sagen. Ja, hab mich vergessen. Ja, also gut. Er hat Schutzfachung dabei. Wunderbar. Wunderbar. Schau mal weiter. Wunderbar. Ja, ich habe einen Beschluss, wenn ich mit der Waffe schieße. Halt, ich habe hier irgendwelche Scheiße gefunden. Ja, das war das, was wir suchen sollten. Ja, das war das, was wir suchen sollten. Silberteller und so ein Scheiß. Das ganze Grab war voll. Alles in einem Grab. Ja, das war alles in einem Grab drin. Na ja. Ja, ganz ampul. Oha, Mann��� huge clean. Wieso sind hier wieder Hunde gespawnt? So ist ein Pott 25 Heilslanzen, nur mehr gibt's nicht ne? 25 mache ich in ein paar Minuten, wenn ich über die Karte laufe. Josie, ich hab Hunger, heute gibt's gegrillte Katze, mit Reis, gefüllte Katze im Speckmandel. Ne, dann lieber als Braten. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die Mission hier gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich in ein paar Minuten bin. Das war's. Ja, wenn der Kollege oder wenn irgendjemand noch Holz mitbringt, dreimal, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, dann kannst du dir auch die ganz große Armbrust machen, die 18er. Also das Stärkste, was wir im Moment haben an Armbrüsten. Glaubst du ehrlich? Glaubst du's ehrlich? Was denn? Es gibt im Moment keine stärkere Waffe. Dann müssen wir das Level erst wieder hochsetzen. Du weißt schon, dass jetzt der Dings komplett ausgebaut ist. Ich hab doch gesagt, im Moment... Die stärkste Waffe ist jetzt Level 20. Wie viel hast du denn jetzt schon wieder ausgebaut? Welches Level? Komplett voll. 20. Gut, dann mal gucken, was haben wir jetzt hier? Also Armbrust gibt's nur 18, am Ende gibt's keine 20er. Schusswaffen gibt's 20er, einer aber nur. Also höher geht es nicht bis Level 20, dann ist Schluss? Ja, weil die Tänzstufe bis 20 jetzt ist. Aber das Camp kann man noch höher drücken. Ja, ja. Ja, das meine ich doch. Weil, geh mal hier an Handwerk. Da sind nämlich auch die Fallen. Ganz hinten. Ja, das muss ich alles noch machen. Selbst unsere Gießerei ist auf 20. Guckst du dir jetzt mal an. Ja, wie gesagt, das Problem... Und wann kriegt man die Fallen? Mit welchem Level? Weißt du das? Keine Ahnung. Weil da bin ich halt scharf drauf auf die Fallen. Gießerei, ja. Ach, ich hab's hier mal was für dich. Für wen? Für dich? Ich muss gucken, wer bei mir in der Umgebung gerade ist. Ich bin am nächsten an dir. Und da Rüstung. Das muss ganz ungesagt sein. Kugelgießform. Nein. Feuerzeug. Knie. Helm. Ne, ich sehe nicht, was du... Ähm, Farbspraydose. Ja, Farbspraydose. Farbspraydose. Farbspraydose Schalldämpfer. Ja, ja. Und wo kann ich den jetzt reinhauen? In deine Waffe. Meine Waffe. Ah, ja. Weil ich kann es erst aufrüsten, wenn ich... Ich im Hör noch bin. Ja, ich hab irgendwann keine Schusswaffe dabei. Oh, der Sturmgewehr kann in der Waffenkammer verbessert werden. Ich hab einen Spaten gefunden. Was kann ich Ihnen damit machen? Löcherkram oder was für die Zombies? Also, der Bestrafer ist jetzt die beste Marktkampfwaffe, wo wir haben. Mit 17, ne? Ja. Ja. Ich kann es sogar herstellen. Stell mal den Kollegen den Bogen her, also den stärksten Armbrust. Ich hab hier gerade zweimal Holz gefunden. Doch, ich lege es rein. Geht nicht. Es fehlt noch die Stahlplatte. Äh? Okay. Geschmierte Transaktion fehlt da noch. Da kriegen wir die Stahlplatte her. Ich kann ihn aber meine geben. Ja, wusste. Ja, wusste. Ah, wusste. So, meine Armbrust, meine 18er. Lackhaste getritt. Ich brauche es so nett. Ich werde jetzt noch Emissionen schneiden haben. Ja. Das ist die. Das ist die. Das ist die. Das ist die. Und dann wird es so nett. Ich werde jetzt wieder doof. und waffen visiere kann man noch nicht herstellen doch aber haben die rohstoffe nicht oder musste gucken okay ich gehe mal gucken das ist ja mega schalter bei geile sache welche ist die stärkste schusswaffe die wir momentan das volle automatisch ist 20 muss ich mir die waffe erst herstellen da brauche ich aber noch fe mal kurz gucken in der schmelze ob man das herstellen können das da ist das was ich brauche stahlplatten können wir nicht herstellen oder selber gut dann muss ich mir eine stahlplatte besorgen könnte ich mir die 20er waffe herstellen ich hab sie schon ja ist mir schon klar ich mag gerade noch die eine mission wo ich hier hab dann müsste ich eingeschleppelt zwanzig sein so Welchen Schalldämpfer hat es denn hier hergestellt? Ja, mit der Farbspraydose. Hallo, ich habe mal 16 Stunden gearbeitet. So, kann man das. Was kann der Mann? Ja, ich habe meine Fresse aufgemacht. Was ist passiert? Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Aber der muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nämlich entweder das Geld ausbezahlt kriegen oder er muss dafür sorgen, dass Freiratschleiniger gearbeitet wird an einem Tag. Der Ausgleich muss stattfinden. 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 Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kommt er aufs Auto drauf. Scheiß Hirsch. Was für eine Waffe hast du bekommen, die Brunnenhit macht? Was für eine Waffe hast du, die Brunnenhit macht? Was für eine? Meine 18. Abendbrust. Die habe ich auch, warum macht die Brunnenhit auf einmal? Kann doch gar nicht sein. Ja stimmt, warum sind die vorhin nicht gestorben? Hier mach mal den Hirsch weg und hol mich mal hoch. Hallo? Wo willst du denn hin? Nein, kannst du ja gar nicht. Lass mich nur aufheben. Ich habe auch den Hirsch schon weiß ich nicht wie viele Schuss abgegeben. Deswegen hast du einen gebraucht. Den machst du nicht mit einem Pfeil weg. Und wir brauchen noch drei Stück. Ja. 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 Hier ist noch ein Hirsch bei mir. Scheiße. Und Millionen Tonnen bis. Ja. Vergiss es. Scheiße. Töte einfach nur den Hirsch. Das ist die Mission. Ha. And i should know this. We, traffic is normal. Ja. Töte das Vieh! Ja, ich such den letzten Hausch. Nee, ich such den letzten. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Das war's. Das war der letzte Hausch. Das war's. Das war der Auftrag. Fünf... ...Hörscher. So, jetzt kann ich mir die Waffe herstellen. Endlich. Wenn der Kollege nicht schon wieder irgendwas anderes hergestellt hat. Und jetzt fehlt wieder irgendwas. Ihr seid nur durchgerannt, oder was? Wir sind nur durchgerannt, haben die fünf Hörscher gemacht, ja. Ich will jetzt nur die fünf Stahlplatten, die ich als belohnt habe. Und da kann ich mir die Waffe jetzt herstellen. Und die anderen fünf Stahlplatten, äh, jetzt haben wir jeder fünf gekriegt. Das ist doch gut. Ja. 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 Ich hab die Mission gemacht und da waren fünf Stahlplatten als Belohnung. Jetzt... Ach so. Muss ich die erst in die Kiste legen, oder was? Eigentlich nicht. Nein. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich kann die Waffe immer noch nicht herstellen. Das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Immer noch null Stahlplatten. Das verstehe ich nicht. Dann habe ich die Mission umsonst gemacht. Was ist denn das für ein Scheiß? Da stand da als Belohnung fünf Stahlplatten. Ja. Richtig aus. patätig Hast du Stahlplatten? Ne, der Kollege, der gerade hier ist. Hast du Stahlplatten? Stahlplatten. 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 recht und die sind nur die wo die leer sind, du musst aufs level gucken ja erfordert level 20 ach so ich muss mich erst mal selber auf 20 level oder was ja du kannst zwar bauen aber du kannst du erst ab level 20 benutzen ok darf ich mal sagen warum hier taunt fällt schon wieder hoch die zubeer ladung wird angegriffen ich kann hier das andauernd so irgendwelche zäume nehmen also ich bin jetzt auf der level ich bin jetzt auf der 20er waffe der blitz treffer heißt die ja und da steht bei mir rot fe stahlplatten ich kann die waffe nicht craften ich bin schon ja dann tu doch mal den stahl den du am mann hast einfach in die kiste legen dann kann ich sie auch craften du musst stahl haben anders kann es ja gar nicht sein dann hast du die fünf mal steuer bekommen und nicht wir ne jeder kriegt so normalerweise alle ich habe gar nichts bekommen da ist drin ok jetzt mach ich nochmal auf so jetzt gehe ich auf schuss waffen so jetzt gehe ich auf schuss waffen und ganz runter ich komme mir total verarscht vor jetzt jetzt ist die level 20er waffe komplett aus der liste weg nein die ist nur weiter oben weiter oben warum ist denn das andauernd so ein hin und her das ist die rohstoffe wo das sind die achte es wird hochgeschoben ich nach oben ok jetzt habe ich verstanden alles klar ich kann sie mir herstellen danke dir für den stahl was für eine geburt ein dorscheinander hin und her so das heißt wir müssen jetzt das hier wieder abbauen super machen wir so Blitztreffer kommt mal alle in die base Blitztreffer ist 8 mm gell? Nummer 1 jetzt noch Nummer 2 ja bevor der kommt Moment ich muss ganz kurz noch was in die Kiste legen da brauche ich noch ewig bis der hier auftaucht nur schnell oh der ist schon da dann muss ich mich beeilen ja ja sollst du was soll die scheiße ich kümmer mich drüber wo davon eine mauer rumschritten ja mache ich schon schon das kann doch nicht wahr sein ich habe es repariert ich habe es repariert aber da kommen noch ein paar Zornbis gut dann du willst den Turmangriff jetzt machen ne? ich schon dran ok ich bin hier unten ich bin unten ich bin unten mach dir die andere Seite ich bin unten mach dir die andere Seite Kollege mach du auch irgendeine Seite nur nicht zu uns kommen wir müssen uns ein bisschen verteilen wir müssen nämlich ein halbiges in Auslande wir müssen nämlich ein halbiges in Auslande ich habe hier eine Barrikade gemacht die hängen hier alle fest naja aber wenn die kommen durch dann habe ich Probleme ah hierhin gekloppt sind sie schon ich habe hier genug zu tun auf der Seite ja ja bleibt drüber hierher 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 ah fuck, keine Pfeile mehr oh Ah, da müssen wir alles ganz machen. Bei mir hier hinten ist auch alles kaputt. Wenn wir den nächsten Angriff machen, müssen wir auf jeden Fall mehr abschocken. Ja, ich brauche Level 25, dann kann ich die erst wieder hochpfeffeln. Ja, du brauchst die nicht hochpfeffeln. Am Ende erst mal aufbauen und nicht noch höher drücken, das Camp Level, das wird zu schwierig. Lassen Sie uns mal richtig die Bs noch aufbauen. Die Mauern kann man erst wieder ab 25 hochpfeffeln. Ich habe keine Mauern. Jetzt kann man ab 25 wieder die Mauern aufwerten. Aber für was willst du aufwerten? Meine sind alle zerstört. Zu 100% haben alles kaputt gemacht hier. Das ist das Problem. Wir müssen so oder so ein bisschen mehr bauen. Wenn das nächste Mal... Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Zombies ihr da jetzt hattet. Ich hatte hier genug. 20, 20, Zubehörladen 17, Kochstation 15. Blechplatte brauchen wir mehr. Ja, dann muss ich jetzt gucken, wer das am meisten macht. Ich muss dann Holz besorgen. Hinten haben sie wie gesagt alles kaputt gerissen. Das muss ich anders machen. Nein, kein Kreis. Wieder gehen lassen. Ich habe gerade Serien-Wörter bekommen. Achievement. Oder Trophäe. Also haben wir hier. wer hat das stufe gemacht das war ich aus versehen ich wollte mein eigenes level hoch drücken und bin auf camp stufe gelandet sorry und nein ich wollte nicht mein eigenes level ich wollte was bauen das was hast du da gebaut rotierender arm verteidigung die bewegen sich wenn die zombies zu nahe kommen guck gleich hat der arm ist geil also wir brauchen jetzt wieder jede menge holz ich gehe erst mal kratmer so dann gehe ich mal in den bunker so lange wie ich aufgabe und das ist entschuldigt wenn die base angegriffen wird weil ich hier umstehen aber das war nicht umsonst dass du den camp level gemacht hast gut weil jetzt kann ich nämlich noch was bauen für fall nämlich spieße also kann man jetzt fallen bauen ja ja spieße fallen können wir jetzt bauen das ist cool grad mal vier stück hergestellt nämlich auch für tiere aber da kann man nämlich auch tiere mit fangen das sind extra nur fallen für zombies okay und tier fallen haben wir noch gar nicht oder was im angebot schade nur ich sehe hier nichts das ist so scheiße wo hast du den bär vorhin getroffen hier normal auf der karte ja hier auf der karte ok da gehe ich nachher noch ein bisschen bären fahren und rum das sind aber infizierte bären jetzt müssen wir gucken was ich hier bekommen habe serien oder das wollte ich nicht moment ich muss mal kurz auf die archivist liste ja es haben von dem fixen ok ich habe 1000 infizierte getötet die rotiere aber sind aber nicht schlecht ja wie gesagt ich habe 1000 infizierte getötet fünf mal so viele noch dann ja habe ich auch das achievement was du gekommen hast ja ja schon übertrieben ja spieße spiel schon viel länger es war auch eine lange ruhe jetzt ja aber du hast ja schon mal gespielt und hast du damals schon gemacht wie ein weltmeister so mein tisch bis dann ja aber ja 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 genau deswegen aus deine waffe ist zu schwach du hast level 1 war vor den dran ja ich war tot die waffe du hast kann man auch an der werkbank verbessern ich weiß nicht wie wenn wir alle gefunden das schrecklich dann könnte man mit planten feiern die meiste krankheit obwohl ich hab letztlich faul erwähnt ich habe noch zehn knochen fehlt Vielen Dank. 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 ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Naja, Alter, ich geh gleich raus aus der Party, ja, Mann. Naja, aber ist ein bisschen ätzend. Ich bin schon in der Mission. Ist er schon. Hier kommen wieder diese Truhte hin. Hau ab! Ja, ja, Alter, ich steh schon. Ja, weißt du, wie viele hier von den Hühnern sind, Alter? Das ist ja die Pest. Hau ab! Ja, den komm hier drunter! Ja, den komm ich schon wieder. Alter, ich trenne mein Leben vor Hühnern. Scheiß Hühner, haut ab! Ja, Alter, ich hab die Pest hier. Hau ab! Hau ab! Und die Geräusche, die wir machen am Ende, ne? Hau ab! Hau ab! Hau ab! Alter Schwede! Ja, die sind ätzend, die Fiescher. Die sind schneller als ich! Hau ab! Ja, die sind einfach nicht! Ja, die haben nicht! Alter, die haben nicht! Ich hab… Alter, ich hab, glaub ich, noch nicht eins getötet. Es läuft bei mir am Ende! Was haben die denn für ein scheiß Leben! Ja, 25 Aua, hab er jetzt! Reicht aber! Ist total lustig aber nicht! Rennen wir mal den Pichern weg hier! Ah, wie das schlöde! 3 Stück noch, dann hab ich es! Boah, ich bin fast tot! Ich muss mich heilen! Heilen, heilen, heilen! Äh, Bandagen, alles so! Aua, 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 macht mir auch viel Spaß! Ich hab's doch gesagt! Ich bin Johann Ren! Ja, weil, ich hab dich! Misty! Aua, 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 Aua! Aua, Aua, Aua! Aua, 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 Aua! Aua, 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 Aua! Alter, was für ne Geburt! Heftige Scheiße, ey! Ich muss das mal Medizin jetzt... Ich hab' grad mal zwölf! Hehehehe! Zwölf von hundert! Hehehehe! Hehehehe! Viel Spaß, ne? Ja, da kommt wieder einer! Warte mal, ich muss auch mal auf meine Armbrust gehen, und gucken, ob ich da was verbessern kann! Gibt's ja wohl nicht! Schnelles Nachladen, das wär doch schon mal was! Oh, ha! Ich brauch' EP-Punkte erst mal! Vorher kann ich nix leveln! Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl 20 haben wir von 100 20 von 100 krank 100 stück ich weiß warum ich die ganze zeit damage bekomme ich verdorste deswegen manchmal ich wollte gerade was trinken Du, hau ab. Geh weg. Geh weg. Ich bleibe eigentlich mit Schild stehen, mir tun die nichts. Viel Spaß. Ohohohohohoho. Alter, ab. Ne, renn mal jetzt nicht. Du darfst nicht weiter reinrennen und du musst dich langsam bewegen. dich schnell bewegst, dann ficken sie dich. Ich komme zu dir. Ich versuche, dich hochzuhelfen. Warte, noch eine? Nein, sind noch ein paar mehr. Ich helfe dir erst mal. Steh doch raus. Ach, das geht. Das ist kein Problem. Du musst dich langsam bewegen. Wie gesagt, wenn du dich schnell bewegst, dann schreckst du die auf und dann werden es ganz viele. Du musst dir Zeit lassen bei den Hühnern. Ich habe ein Ei gefunden, oder? Ich habe Eier gefunden. Alter, hier gibt es Eier. Hühnereier. Ja, können wir uns auch ein Omelette machen. Was machst denn du? Ja, ich habe auch drauf geschossen. So ist es nicht. Ja, wie gesagt, wenn du irgendwelche weißen Dinger siehst, nimm es mit. Das sind Eier. Ja. Da ist noch ein Ei. Cool. Da können wir nämlich neue Nahrung herstellen. Ja, 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 ja. Eier stehen da rum. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Pass auf. In dem Gebiet waren wir noch nicht. Alter, der rennt wieder rein. In dem Gebiet waren wir noch nicht. Mach doch mal langsam. Naja, das ist das, was ich gemeint habe. Die Federn brauchen wir für Falte. Da können wir gute Falte machen. Ja. Ah, zurück, zurück. Die kommen schon, die kommen schon. Ah, zurück, zurück. Kommt noch mehr. Da ist wieder ein Ei. Oh, da hat Truthahn. Ne, äh, ach, was weiß ich, wie das Vieh heißt. Pelikan. Pelikan ist tot. Punch. Oh, 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 zurück. Heldung kann ich dich nicht aufnehmen Ich guck mal was ich habe Ammoni Ich gebe dir ein bisschen Muni aber das ist die gute Muni, verballert die nicht. Hebt die auch immer wieder auf Ich gebe dir fast die Hälfte jetzt von mir. Ah ich habe dir sogar über die Hälfte gegeben Du hast dir gar nicht verdient Das reicht ja wohl Also Das war's für heute. Wie viele müssen wir noch? Wir haben nur noch 30. Also das ist okay. Guck mal bitte mit nach den Eiern. Bist du tot oder was? Da kannst du auf dem Weg zu mir nochmal nach Eiern gucken. Aber wir haben übel viele Eier übersehen. Wir brauchen 20 Stück. Gehört auch mit zur Mission. Gehört auch mit der Mission. Gehört auch mit der Mission. Gehört auch mit der Mission. Die Eier liegen in den Büschen und am Rand von der Map, an den Bäumen. Oooooo, oooo, 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 oi, 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 oi. Tu meinst deine warme Schienl? Hier ist die Hölle metros. Hier laufen 30 fußte Fieselme. Na ja, ja, jetzt, raus's mal auf. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, ey. Na, auf dem älter Weg liegt auch noch ein Ei. Ohohoho, ich bereich's doch nicht. Oh, wie beschlossen, oder? Oh, wie geht's das denn? Alter. Oh, wie geht's das? Ich hab' die Schiffel, ich hab' die Schiffel! Hör auf ey, ich krieg'n Lachd sonst! Hahahaha! 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 Ich trüfe nur die Sarge ein. Hahahaha! Hahahaha! Alter, hier ist was los! Aua ... Hahahaha! Sonst hast nur auch keine Probleme. Hahahaha! 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 Alter, ich hab' die Fiele hier unter-Packaumengehera! Oh, galah, dude! Oh, scheiße! Oh, es ist noch so pitty in den Augen, oder? Oh, was denn? Hahaha! 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 Aber wir haben die 100 geschafft! Die 100 haben wir! Komm mit! Wir holen die Eier jetzt noch! Hier hinten sind noch Eier ohne Ende! Hahaha! Ja, hab ich! Ja, mach das! Hahaha! Hahaha! Ja, hab ich! Mach das wieder weg! Ah, Alter! Ich hebe mich auf! Schnell! Hahaha! Hahaha! Die kommen auch da hoch! Die kommen auch da hoch! Hahaha! Sechs Eier brauchen wir noch! Sechs Stück! Hahaha! Töte dich selber! Töte dich! Töte dich! Ich schaff das nicht! Du bist zu weit weg! Ja, wir brauchen nur noch 5 Eier brauchen wir noch! Du kannst dich selber töten! Halt die Kreistaste fest! Ah, da war noch was! Ach, da war noch was! Ach, scheiß auf die minus 20! Du kriegst tausende plus! Du kriegst tausende plus! Du kriegst tausende plus! Hahaha! Such Eier! Sei still! Ha-hah. Omelett! Hahaha! Haha! Haha! Ja! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mh.. MacDonald verkauft auch nur noch Omelett! Oh, ich bin gleich wieder tot. Hey, heb mich auf. Schnell, heb mich auf. Heb mich auf. Ich kann nicht mehr. Oh, danke. Oh, Alter. Ich muss meine Augen trocknen. Ich kann nicht mehr. Nee. Ja. Ich schicke. Ich kann nicht mehr. Oh, Alter. Oh, Alter. Kopfkulasch. Ey, dieses Dreck. Ich fiene dich mit euch. Ich Olga. Oh, das tut so Gib sie wieder am Bars successive. Oh, Alter. Ah, mein Traum. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich muss da auch Eier suchen. Ich würde das nicht sagen, dass ihr den Tod auf dem Weg gehalten könnt. Ich würde das nicht sagen, dass ihr einen Tod auf dem Weg oder den Tod auf den Weg geht. Ich würde es für dich nicht verliehen, ob sie das nicht verliehen. Ich würde es für dich nicht verliehen, dass ihr es für dich nicht verliehen. Wir stehen auf dich. Ey, fuck, kommt dieses schwule Vieh da an? Ja, fick die, ich bin auch blöd, was? Ey, das gibt es nicht. Diese scheiß Nachtviecher. Bist du noch drauf oder bist du raus? Ja. 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 Die sind überall, das gibt es doch gar nicht. Ne, das trinkt nichts, dann hast du ein richtiges Problem ohne Taschenlampe. Wie musstest du abgeben? Im Lager war noch. Dann kann man auch selber herstellen, also so ist es nicht. Ja. Nur ich habe es nämlich vergessen im Lager. So was machst du? Ich habe wieder ein Ei gefunden und noch ein Ei und ganz viele Hühner. Scheiße, jetzt geht das wieder los. Ist doch nicht euer Ernst. Ich habe noch ein Ei gefunden. Wir haben es gleich noch zwei Stück. Alter, hier ist die Hölle los. Hier ist die Hölle los. Hier kannst du noch hin. Alter! Nein! Hau ab! Das ist ja die Seuche. Ne, das war es. Ich brauche eine Handgranate. Die haben mich eingekesselt. Das gibt es doch nicht. Ey, ganz ehrlich. Ich nehme jetzt meine Nahkampfwaffe und gehe da hin und rechte in allen Personen mich vor die Presse am Ende. Das habe ich jetzt nicht umsonst gelockt. Ein beschissenes Ei fehlt. Ich habe store Munition. Welcher brauchst du? Acht Millimeter? Ja, acht Millimeter brauchst du. Was habe ich denn da? Wie viel Munition? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke. Oh, 77 Schuss. Das ist nicht viel. Wartet. Ich habe dir aber die Hälfte abgegeben. So ist es nicht. Aber das ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ich war jetzt ganz da oben. Da ist die Hölle los. Nein. Ne. Wie denn noch? Kommt mal zu mir hier runter. Ich habe gerade über 2000 Schuss bei mir. Ja, da können wir mal 500 an jeden her. Warte mal. Warte mal, wen überreiche ich? Ah. Was denn? Nummer eins. Ich habe den Telefon zurückgesetzt. Der hat gespielt, hat was gemacht und er hat diese Blindhilfe eingeschaltet. Ging gar nicht. Aha. Nummer zwei. Das war wieder typisch, oder? Keine Kontakte. Man hofft es nicht. Hängt irgendwo in den Bäumen am Ende das Ding. Weil du nur so ein Billigteil hast am Ende vom Discounter. Ich habe jetzt eine richtige Drohne. Eine ordentliche. Ne. Hier im Spiel. Was soll ich eine Drohne zuhause? Ich hätte gerne eine. Oh Gott. Oh Gott. Was soll ich denn los? Ja. Ja. Passt mal. Hier gibt es jetzt Party am Ende mein Freund. Ich bringe die Party zu dir. Die Party... Die Party. Die Party. Ich habe die Party. Das ist wirklich Spaß. Oh wie geil, ich sammle schön die Federn ein, mach gerne mal die Arbeit. Macht er aber schön. So, ich geh mal in die Bude hier. Ey, der hat mir die Munition geklaut oder was auch immer das war, gib mir die Nägel wieder. Ich schätze dir das Huhn auf dem Hals, mein Freund, ne, dann kommt klar. Weiß ich doch, war doch nur ein Scherz. Oh, hier ist Party, das ganze Haus ist voll mit Hühnern. Alter, jetzt geht's los. Oh, hier ist der Boss, hier ist der große Boss, hier ist das große Wien. Ja, hier unten muss der große Wien sein. Ja, hier ist der große. Ich glaube, ihr seid jetzt alle tot, wenn ihr nicht zu euch kommt. Oh, ich wollte mich aufheben. Hey, warum komm ich hier nicht drüber? Oh, ich hab keine Energie mehr. Scheiße. Seien ihr alle beide tot gewesen oder warum ist der Kollege weg gewesen? Ja, aber wo wirst denn du gewesen jetzt grad? Wenn ich noch ran darf. Ich seh den oben auf der Karte. Ja, schön, du hättest mich auch mal aufheben können, ne. Aber ist okay. Die springen nicht über den Zaun, die sind alle auch nicht fixiert. Du kannst mich aufheben, durch den Zaun. Heb mich durch den Zaun auf. Ich bin gleich tot. Na, okay, vergiss es. Ist okay. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Na ja, ich will auch hoch, der Bus muss sterben. Ja, du verdammt Wittern, du bist meiner. Hm, pass mal auf, die sind jetzt alle deine, weil die kommen jetzt alle zu dir. Hey, ich hänge hier fest, hier ist Spastis. Keine Abkürzung gibt da hoch, ne, dass man da so einen weiten Weg jedes Mal rennen muss. Aber du kannst dich auch teleportieren, ne. Nein, das ist die Tastenkombination. Zweimal Viereck, dreimal Dreieck, dann glaube ich einmal X. Ich habe schon mal so einen Scheiß als Video ins Internet gesetzt. Das war man da. Und die Leute haben es geglaubt. Und haben dann ausprobiert. Ach nee, ach, jetzt weiß er auch schon Bescheid, ja. Nur Armbrust nehme ich jetzt. Ohne Armbrust kannst du vergessen. Die scheiße Waffen sind viel zu schwach. Wir rennen hin, der kommt schon zu dir. Mach doch mal locker, so wie du rumrennst, wird das nichts. Zu mir kommt keiner. Nur wenn ich so einen Push, wenn ich so einen Pool, wenn ich das will. Das Einzige kotzt an, dass man wieder komplett außer rumlaufen muss. Naja, das ist doch das, was ich auch gesagt habe. Ich habe mir das, was ich da war. Ich habe mir das. Ich habe mir gedacht, dass ich das ist. Schuss die Zeit zum Stabeln. Ich habe mir das. 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 So, der Prussel ist tot. Mann, wie niederschnell. Hey, ich habe doch gesagt, ich so, warum bäbt die Erde so bei mir? Geht ein Stück weiter vor, da hängt er am Zaun. Hat der euch übersinget oder was? Nein. Da ist er irgendwo rumgeflogen, der hat abgekürzt. Ja, ja, der ist hier, der wollte nicht schädeln. Oh, 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 oh. Ach, von mir aus. Ich habe nichts zu tun. So geht es mir, Alter. Alter, ich habe nichts zu tun. Scheiße, Dodo ist, jetzt geht es wieder los. Warum kannst du jetzt rausgehen? Ich habe noch ein Ei gefunden, ein cooles Haar. Oh, 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 oh. Ja, war doch ganz spannend. Na, war doch schön... Ach, der Kollege macht ihn. ja wir haben ja vorher Kannst du die guten Pfeile machen? Ich habe noch ein Ei, cool So, was ist denn die Mission? Was müssen wir denn noch machen? Ach, sprechen wir mit den Überlebenden, mit irgendeinem Überlebenden müssen wir sprechen. Also müssen wir die Karte aufdecken. Ich habe mit dem Typ gesprochen, das war der Tote da in dem Haus, wo der Kollege drin war. Der Skelett, mit dem sollten wir reden. Das war's. Ja, zwei Milliarden. Du kriegst glaube ich gar keine, Mann. Zehn Minus Prozent. Hier, stellt euch mal die Granate, schmeißt dir hin, ne? Der geht hoch, isst sie und dann explodiert der erst mal. Ja. 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 nicht wirklich conserv эффigt. Ja. Yes. Heee. Juvgen. Gods Pastor? Wermen kann ja auch sein. Ich halbier Juht habe dich mal auf Statesge charms. Hier ist eine Waffe, 22er Waffe, aber eine Handfeuerwaffe, ne läuft nicht bei mir, Aluminium braucht man dafür, fehlt noch, aber dann müsste ich mich auch auf Lettel 22 hochdrücken, das mache ich ganz bestimmt nicht, ich bin nicht bescheuert. Ich kann sie nicht craften, fehlt noch Aluminium, muss man den Kollegen fragen, aber ich glaube Aluminium kann man sogar herstellen, in der Schmelze, ich wollte mir jetzt erstmal nach Pfeilen gucken, Aluminium Platte, ja kann man, so Munition, Die werden angegriffen Die rosen kommen, die rosen klappen an uns zu ziehen Nein, den kriegst du nicht kaputt Einfacher Verhebung Ist das der härteste Bogen, den wir bauen können, der Todesatem, oder gibt es schon wieder einen neuen, gibt noch keinen neuen, ne? Schade eigentlich Na gut, muss ich mich mit abfinden, muss noch einen Moment warten, wir sollten eh auch mal dann, wie gesagt, weiter aufbauen Ach du Scheiße, Alter, was ist denn hier los? huh Fuck ... ... Oh ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mache mich los, ich hole Holz. Das bringt nichts, die reißen uns die ganze Bude ein, wenn wir jetzt nichts machen. Und am besten alle aus der Base, der, wer ja jetzt nicht looten will, raus und Missionen machen, das ist sonst für die Base zu viel. Ich baue doch schon, ja, 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 ich, ich, wie gesagt, ich mache mich los und hole Holz, ich mache mich runter am Bahnhof. Mir fehlt alles. Ja, ich habe auch rausgefunden, die Holzbretter kann ich auch selber herstellen. Gut. Dafür brauche ich nur Baumstamm. Große Steinbolzen brauche ich. Boah, das fackt mich ab. Pro Mission kriegst du immer nur drei Steinbolzen. Ach, toll zum. Ich bin ja, ich bin ja. Dad. Ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ohja, Alter, wie die abgehen, das ist der Armer Ich brauche einen stärkeren Bogen Trotzdem ist das doch nicht so wahr hier Das sind Pfeile mit Feuerstein und Federn und der Typ, der lacht nicht aus Das muss ich auch noch herstellen Kann ich glaube sogar, oder nee, habe ich sogar schon Mir fehlen nur noch die letzten Rezepte unten, die letzten zwei in der Tabelle Die hatte ich noch nicht gemacht Bleib schön sitzen, du scheiß Hase Oh, das sind Zombiehase Fuck, die wandern Ach, was willst du denn, Fetty? Du kommst doch nicht etwa hier rein, oder? Nein, das machst du nicht Hau ab, ey, mach die Tür zu Der kommt da rein Durch die Tür Obwohl sie du ist Ich werde mich verarschen Ich liege am Boden Ach, Männer Alter, Alter, Alter Ich finde das doof, dass ich immer wieder in der Base spawner Man, da können wir nicht nach uns irgendwie Spawns machen auf die Karte Dass man sich aussuchen kann, wo man spawnen kann Ah, das ist doch total Bäh Jetzt muss ich wieder bis runter zum Bahnhof Ich bin gerade unten angekommen Aber das ist gut Ich kann dir das Holz schnell reinschmeißen Moment, ich komm nochmal schnell hoch Dann kannst du wenigstens weiter machen Ja, ich weiß Ist mir schon klar Aber es ist auch nicht unbedingt leicht mittlerweile hier mit Formen Äh 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 Gut, ich habe alles reingehauen, was ich hatte Und ich versuche wieder zum Bahnhof zu kommen Mal gucken Vielleicht klappt es ja diesmal Nee, Holz sammeln Ich hatte Probleme, der Kollege Oh, jetzt ist wieder Tag und ich sehe das Holz dann wieder so schlecht Ach, was ist denn so gut Ich mache einmal eine Lichtschalte aus Oh, ah, ah, was ist denn hier los Wir sind nicht ohne an, sonst geht es schon wieder los Ja Ja, ich prob jetzt, dass ich erstmal, ähm Große Bolzen kriege Der Chemie-Labor trifft uns weiter hoch Ich habe alles keinen Sinn Von den Arsch gefurzten Schluss mit lustig Nö, 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 nö Ja, als letztes lacht, lacht am besten Nö Aber ich glaube, die lachen wieder zum Schluss Wenn ich wieder auf dem Hosenboden sitze Wir brauchen Holz Holz Brauchen wir Hau ab, du triffst mich nicht Oh, ich kann auch durch Türen gehen, die zu sind Geil Das nenne ich mal ein Feature hier Ach, muss ich die jetzt auch noch aufknacken? Cool Geh mal hier raus Tschüss Gibt noch genug Türen Gucken wir, ob es was zu gucken gibt Und es gibt nichts zu gucken So ein Abtern, ey Boah, jetzt habe ich den Hase wieder durchgelaufen Ich komme gleich, du scheiß Hase Hase, wo bist du? Da ist er Ach, du scheiß Zombie Dich wollte ich doch gar nicht Versteckt er sich wieder am hohen Gras, dieses Präckvieh Geh mich doch sowieso nicht Oh ja, da ist ein Hirsch Hinterher Oh, Hase Jetzt habe ich mir die Karte ins Bild gehauen Tolle Sache, ey Oh, was ist denn hier? Oh ja, jetzt kommt schon wieder ein Hirsch Wollt ihr nicht verarschen? Oh, hier ist noch eine Maus Bleibst du hier? Oh, die habe ich Haha Ewige Scheiße, Mann Hier ist der Zoo ausgebrochen Da ist noch ein Vieh Zack Hab ich auch getroffen Cool Ich bin der Tierkiller Wo ist dieser scheiß Hirsch jetzt hin, ey Ah, leckst doch die Wand Ich will den Hirsch haben Hirschi, wo bist du? Der ist hier unten in der Basis Ja, danke Ich verarsche oder was Aber noch nicht meiner Der hier unten war Ja, dann töten Hab ihn Bitteschön Was willst du denn? keine nummer hier geht die post ab hier so mein hirsch ist bestimmt über alle wälder aber ich habe eine ratte und einen hase erwischt wenigstens wenn es eine ratte war keine ahnung so aus oder hier kannst du das ist der hammer in sekunden und ich habe keine energie so jetzt möchte ich wieder ein tier haben ein häschen zum beispiel du bist kein hase hau doch ab da werden wir schon verarschen häschen komm häschen einfach mal drauf schießen egal was es ist ja alle noch aber ich bin noch so weit entfernt vom bahnhof ich sollte mich mal auf den weg begeben was auf dem zug warten holz wir brauchen holz weißt du holz 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 hier ist mein holz Sollte Ich bin einig. Oh, 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 oh. du das so auch ein stelle Stelle am besten gleich wieder auf 2 zurück, nicht, dass wir jetzt irgendwo einen Spinner wieder reinkriegen, weil wir jetzt frei...